Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank an die Band Good Habits, die uns glücklicherweise heute ein bisschen durch den Nachmittag begleiten wird. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei den Dr. Hans-Riegel Fachpreisen 2019 an der Universität Bonn. Ich begrüße natürlich erstmal primär die Preisträgerinnen und Preisträger. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie es schon mal bis hierhin geschafft haben und heute geht es dann primär darum, Sie und Ihre Arbeiten zu feiern. Ich begrüße natürlich auch die Familienmitglieder, die Freunde, die zur Begleitung, zur Feier mit dazugekommen sind. Die betreuenden Fachlehrerinnen und Fachlehrer der beteiligten Schulen sowie die Fachgutachterinnen und Fachgutachter, die hier auf der linken Seite sitzen. Und sich nicht nur in diesem Jahr schon mit sehr viel Mühe, sehr viel Zeit auf freiwilliger Basis mit Ihren Arbeiten und den anderen auseinandersetzen. Und ich glaube, dass es nicht zu viel gemutmaßt, wenn ich sage, auch für Sie ist dieser Tag heute ein Highlight. Ich begrüße natürlich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Dr. Hans-Riegel-Stiftung. Hier vorne fange ich vielleicht an mit Frau Professorin Ingeborg Henssler. Hallo. Und Herrn Marco Alfter, Geschäftsführer der Dr. Hans-Riegel-Stiftung. Und natürlich Vertreter der Universität Bonn. Ganz vorneweg Frau Professorin Maren Bennewitz, Prorektorin für Informationstechnologie und Wissenstransfer an der Universität Bonn. Richtig gesagt. Und natürlich Frau Dr. Krechel, Geschäftsführerin des Rektorats. Auch an Sie ein herzliches Hallo. Mein Name ist Patrick Nehls. Ich bin an sich wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Universität Bonn in der Medienwissenschaft. Und darf heute hier Ihr Moderator sein. Ein bisschen durch das Programm führen. Ein bisschen was zu den jeweiligen Fachgutachterinnen und Fachgutachtern sagen. Und Sophie sei auch schon mal gesagt, ein bisschen auf die Zeit achten. Denn die Fachgutachterinnen und Fachgutachter werden das wissen. Das sind alles Themen, die Sie hier in den Facharbeiten bearbeitet haben, mit denen Sie sich auseinandergesetzt haben. Die laden dazu ein, überschwänglich Sie zu loben, über Ihre Arbeiten zu reden. Ich werde später ein bisschen mehr dazu sagen, wie ich zumindest versuche, dass wir am Ende noch genügend Zeit zum Feiern haben. Bevor ich Sie dann später mit dem Programm vertraut mache, übergebe ich erst mal an Professor Bennewitz, die sich mit ein paar Grußworten hier auch an Sie wenden möchte. Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Anwesende von der Dr. Hans-Riegel-Stiftung, Frau Professor Hensler, lieber Herr Alfter, und liebe Gutachterinnen und Gutachter, ich heiße Sie ganz herzlich zur diesjährigen Verleihung der Dr. Hans-Riegel-Fachpreise im Festsaal unserer Universität willkommen. Mein ganz besonderer Dank gilt dabei noch mal den Vertreterinnen und Vertretern der Schulen, den Preisträgerinnen und Preisträgern selbst, sowie ihren Familien und Freunden, die sicherlich alle, und das natürlich zu Recht, sehr stolz sind. Sie haben alle interessante und hervorragende Arbeiten abgeliefert. An dieser Stelle möchte ich mich nun zuerst auch noch mal bei der Jury bedanken, also meinen Kolleginnen und Kollegen von der Uni Bonn, mit deren Einsatz es wirklich überhaupt erst möglich ist, diesen Wettbewerb durchzuführen und junge Leute für ihr Engagement zu belohnen und auszuzeichnen. Besonderer Dank gilt natürlich auch der Dr. Hans-Riegel-Stiftung, mit der wir jetzt bereits seit 13 Jahren zusammenarbeiten und ohne die es diese Preise natürlich gar nicht geben würde. Übrigens ist die Idee der Dr. Hans-Riegel-Fachpreise an der Uni Bonn entstanden, habe ich gehört, worauf wir natürlich stolz sind. Die Dr. Hans-Riegel-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Interesse und die Neugier junger Menschen an Naturwissenschaften und Technik zu wecken und hierzu unternimmt sie eine Reihe von Aktivitäten, von denen die Fachpreise tatsächlich nur eine Aktivität sind. Aktivitäten, die nicht nur Informationen bereitstellen, sondern auch dazu ermutigen, selbst neugierig zu sein. Und gerade die Fachpreise passen sehr gut zu dem Auftrag der Stiftung, junge Menschen für Naturwissenschaften und Technik zu interessieren, sie selbst forschen zu lassen und in ein Thema sich einzuarbeiten und zu vertiefen. In diesem Jahr wurden insgesamt 109 Facharbeiten bei uns eingereicht, 34 aus der Biologie, 21 aus der Geografie, 10 aus der Mathematik, 18 aus der Physik und jeweils 13 aus der Chemie und Informatik. An dieser Stelle möchte ich mich auch explizit bei den Lehrerinnen und Lehrern bedanken, denen es ja ganz offensichtlich gelingt, Schülerinnen und Schüler für die Naturwissenschaften zu begeistern, was vermutlich im heutigen Zeitalter der allgegenwärtigen Ableckung durch elektronische Geräte nicht immer ganz einfach ist, könnte ich mir vorstellen. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass wir in der Bonner Region ein Umfeld haben, in dem nicht nur die Fachpreise, sondern auch Wettbewerbe wie Jugend forscht oder unsere vielfältigen Angebote für Schülerinnen und Schüler von der Kinderuni bis zum FFF-Programm so gut angenommen werden. Aber nun komme ich endlich zu euch oder Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger. Sie sind ja schließlich die Hauptperson hier. Als erstes möchte ich mich bedanken, dass Sie mit so viel Arbeitseinsatz und Begeisterung an Ihrem Thema gearbeitet haben. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das nicht immer ganz leicht ist, neben dem ganzen anderen Pflichtprogramm, was man halt so in der Schule hat heutzutage. Ich bin sicher, ohne die Begeisterung für Ihr Fach hätten Sie keine so hervorragende Arbeit abliefern können. Ich bin tatsächlich beeindruckt von den behandelten Themen. Ich habe mir die Liste vorher angeguckt und muss sagen, manche Titel lesen sich tatsächlich wie Titel von studentischen Master- oder Bachelorarbeiten. Ich konnte es ja gar nicht glauben. Ich kann es natürlich nur für mein eigenes Fach, die Informatik, richtig beurteilen, aber ich bin sicher, in den anderen Fächern ist das genauso. Sie haben alle interessante und vor allem auch relevante Themen für die heutige Zeit bearbeitet und dazu und zu den Fachpreisen möchte ich Ihnen natürlich herzlich gratulieren. Die meisten von Ihnen werden hoffentlich studieren wollen. Wenn es geht, natürlich bitte bei uns. Die Uni Bonn ist jetzt ab kurzem offiziell exzellent und wir können solch exzellenten Nachwuchs definitiv gut gebrauchen. Aber nun genießen Sie bitte erst einmal gemeinsam mit uns Ihre Feier und seien Sie stolz auf Ihre Aufzeichnungen. Vielen Dank. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich übergebe auch direkt an Frau Professorin Ingeborg Henssler, Forschungsmitglied der Dr. Hans-Riegel-Stiftung. Herzlichen Dank, Herr Nils, dafür. Eigentlich ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen, habe ich gerade gedacht, aber Sie gestatten. Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, gegen jede Etikette, Sie begrüße ich selbstverständlich zuerst und dann erst die Vertreterin des Haus, in Vertretung des Hausherrs, das zu gendern, ist schwierig, fällt mir gerade auf. Sehr geehrte Frau Prorektorin, Frau Professor Bennewitz ist schon vorgestellt worden, als Zustand für Informationstechnologie und Wissenstransfer. Ich habe das jetzt gelernt, aber mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, dass Sie Professorin für humanoide Roboter sind. Und in diesem Kreise, darf ich das sagen? Ich darf das sagen. Ich sage das einfach. Ganz toll fand ich nämlich, dass Sie x-mal, aber in der Vergangenheit, wir reden aber nicht davon, wann, auch in unserem Alter nicht, nein, dass Sie Roboterfußball-Weltmeisterin waren. Ist das nicht toll? Klatschen Sie doch mal. Und jetzt begrüße ich Sie einfach alle in Toto, denn er hat das ja schon so schön gemacht und alle begrüßt. Die Redundanzen sind sonst dauernd angesagt. So, als Vorstandsmitglied der Dr. Hans-Riegel-Stiftung rede ich jetzt nur stellvertretend für die, die auch schon benannt worden sind. Und wir sind auch ansonsten noch vertreten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das zeigt unsere enge Verbindung in Bonn zur Bonner Universität. Wir kommen da gleich noch drauf zurück. So, die Dr. Hans-Riegel-Stiftung hat, Sie sagten es bereits, im Kern, die Bildung junger Menschen im Auge. Und warum? Der Stifter wollte nämlich Kindern und Jugendlichen, ich zitiere das nur sinngemäß, ich könnte es auch noch ein bisschen mit Dialekt färben, wir sprachen gerade darüber, etwas von dem zurückgeben, was er und sein Unternehmen, wer weiß es nicht, Haribo ist gemeint, sein Unternehmen von ihnen, von den jungen Menschen erhalten hat. Und so steht im Fokus der Stiftung, junge Menschen bei der Gestaltung von Zukunft zu unterstützen und wenn es geht sogar nachhaltig, ich drohe mit Nachhaltigkeit zu begleiten. Das passt zu einem Zitat, wir sind auch in Österreich unterwegs mit der Kaiserschild-Stiftung, dass einmal ein Präsident, passt ja jetzt auch in dieses Umfeld, der Uni Salzburg gesagt haben soll, wer an der Jugend spart, wird in Zukunft verarmen, wie wahr. Und ich kam gerade die Treppe rauf, da las ich doch wieder was in englischer Sprache, gestern Abend wohl in Kolloquium oder was, über das Land der sogenannten Dichter und Denker und da dachte ich mir doch, das sind wir eben nicht nur. Und man sollte eben nicht nur in Bonn aktuell über Beethoven nachdenken, sondern auch an die hiesigen zahlreichen Nobelpreisträger und nicht zuletzt jüngstens an den quasi-Nobelpreisträger, nämlich der Mathematik, da gibt es glaube ich gar keinen Nobelpreis, nämlich, das ist ein quasi-Nobelpreis-O, nämlich den Gewinner der Fields-Medaille, noch ungeheuer jung, Sie ja auch, Professor Peter Scholze und zwar nicht zuletzt wegen seiner perfektoiden Räume, wie ich gelesen habe und darüber hören wir auch nachher und staunen wahrscheinlich noch mehr. Wir sind eben auch das Land der Erfinderinnen und Erfinder und so ist es nicht verwunderlich, dass unser Stifter als promovierter Volkswirt und produzierender Unternehmer den Ingenieur, den Informatik und Naturwissenschaften ganz besondere Bedeutung beigemessen hat. Er hat das nämlich als Volkswirt für die Basis, für tragfähige Wettbewerbsfähigkeit und für den Wohlstand unserer Gesellschaft angesehen. Und also liegt unser Schwerpunkt in der Förderung der MINT-Bildung, weil wir da eben die Basis sehen, wie gesagt, für innovative, effektive Chancen, in Zeiten zunehmender Digitalisierung, Roboterisierung, Globalisierung zur Gestaltung unserer ökologisch verantwortbaren Zukunft. Daraus resultieren dann unsere vielfältigen, häufig kooperativen Projekte entlang der gesamten Bildungskette, um Talente zu finden und zu fördern, zu begleiten, zu vernetzen, jungen Menschen zu helfen, die Welt von morgen zu entdecken und zu gestalten, mitzugestalten und dabei bitteschön, es wird genügend zitiert im demografischen und demokratischen Raum, nämlich Werte zu schätzen und möglicherweise zu schaffen. Die Dr. Hans-Riegel-Fachpreise, die wir, das stimmt, seit 14 Jahren, nee, doch, zum 14. Mal verleihen, haben hier in Bonn ihren Anfang genommen und die längste Tradition, das muss mal gesagt werden, das habe ich auch versprochen. Und mit der Vergabe der Dr. Hans-Riegel-Fachpreise begann eigentlich alles, nämlich unsere zunehmende Zusammenarbeit mit 16 deutschen und 5 österreichischen Universitäten, also jetzt sind wir an 21 Standorten vertreten. Und das hohe Niveau dieses Wettbewerbs, das sind Sie, die Qualität der Arbeiten, das ermutigt uns möglicherweise noch weitere Kooperationen einzugehen, in Zahlen, Daten, Fakten haben wir bis jetzt aufzuweisen, mehr als 1.300 Einsendungen im Jahr, daraus werden gekürt über 250 Preisträgerinnen und Preisträger und wir schütten schon deutlich über 100.000 Euro Preisgelder aus. Unsere Aktivitäten sind natürlich ausgeweitet, das haben Sie schon gesagt, wir haben so etwas wie ein Alumni, wir könnten noch einen besseren Namen dafür finden, ein Alumni-Netzwerk geschaffen und bieten dafür Campus-Seminartagungs- und Akademieangebote an, für die Ehemaligen, ab heute sind Sie Ehemalige. Und deshalb werden Sie dann auch eingeladen und dann können Sie davon profitieren und ich habe den Auftrag, ich soll Sie schon gleich einladen, das findet nämlich auch sinnigerweise hier statt, nämlich im Rahmen unserer nächsten Akademie habe ich Ihnen schon mitgebracht. Will heißen, Sie sind herzlich eingeladen zum Science Slam, moderiert von Eckart von Hirschhausen in der Aula dieses Hohen Hauses. Will heißen, am 19.09., nicht um 19 Uhr, aber um 19.30 Uhr kann man gut merken, save the date. Okay, gut. So, wir kommen zur Preisverleihung, sechs MINT-Fächer haben Sie aufgerufen. Ich war ganz aufmerksam, haben Sie sie in der Reihenfolge genannt, nicht in alphabetischer, war das die Reihenfolge der Häufigkeit der Einsendung, der Anzahl der Einsendungen diskriminiert? Ich habe ja meine eigene Reihenfolge gewählt. Sehen Sie, die ist abweichend von der, die ich habe. Biologie, Geografie, Physik, Chemie und Informatik sind gleichauf, was die Quantitäten anbelangt und dann kommt die Mathematik. Und alle kamen aus Bonn-Rhein-Sieg. Wir haben gleich 18 Preisvergaben. Ich muss das jetzt noch sagen, Sie hätten es sagen können, das haben Sie bei mir nicht weggenommen, das ist gut so. Meines Erachtens sind gendermäßig sehr gut, mehr als ausgewogen. Zehn weibliche, dann bleiben nur acht männliche Gewinner und Gewinnerinnen. Erstaunlich fand ich, die Chemie ist total männlich besetzt, die Geografie dagegen ausschließlich weiblich ausgewiesen. In Physik und Informatik sind die ersten Preise jeweils von den Damen belegt. Da rede noch irgendjemand oder irgendeine von Klischees. Fünf Preisträgerinnen kommen aus MINT-EC-Schulen. Die, die das betrifft, wissen das. Zur Erklärung, warum ich es erwähne, die Dr. Hans-Riegel-Stiftung ist seit sechs Jahren Förderpartner von MINT-EC. Und wir unterstützen maßgeblich den jetzt auch gerade wieder laufenden Schulwettbewerb. Übrigens muss ich noch eine Schule, ich hoffe, die ist auch gut repräsentiert bestimmen, besonders hervorheben. Dann dürfen Sie auch klatschen, meine ich. Das Kardinal-Frinks-Gymnasium stellt hier und heute bereits seinen zehnten Preisträger, seine zehnte Preisträgerin zur Nachahmung empfohlen. Bitte klatschen. Applaus Wo sitzt denn jemand vom... Toll, muss ich mich gleich merken. So, die Themen fand auch ich wieder sehr beeindruckend in jeder Hinsicht. Und ich habe auch so ein paar Favoriten. Also das ist jetzt ganz subjektiv. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Aber das Schlafverhalten von Jugendlichen, da bin ich ja mal gespannt. Oder die personalisierte Medizin durch, jetzt muss ich nachgucken, Pharmakogenomik. Und hier liegt nahe soziale Auswirkungen der Braunkohleförderung, Möglichkeiten und Grenzen von neuronalen Netzen. Das ist auch eben. Und dann, das ist eine Dame in der Mathematik, gerechtes Teilen, da bin ich ja mal gespannt. Und dann als verhinderte Musikwissenschaftlerin musste ich das haben, habe auch lang an dem Titel rumgekaut und weiß inzwischen, dass ich die Person auch noch obendrein kenne. Experimenteller Nachweis der Unterdrückung von, man hören schon, Wolfstönen. Der Wolf ist wieder da, das wissen wir. Wolfstönen beim Kontrabass, wow, sehr spannend, denke ich mal. Das sind doch wirklich Herausforderungen, meine Damen und Herren. Und ich finde es, wir finden es so toll, dass wissenschaftliches Arbeiten und Experimentieren an solchen Themen in den Schulen vermittelt wird. Dass problemlösungsorientiert und kreativ daran gearbeitet wird. Das ginge ja nicht ohne die ungeheuer engagierte und motivierende Anleitung und Unterstützung der Fachlehrerinnen und Lehrer. Die wurden schon erwähnt, aber sie wurden nicht beklatscht. Und ich hätte gerne, denn die werden viel zu wenig anerkannt, finde ich. Und Sie könnten nochmal klatschen. Applaus Da Sie so richtig schon in der Übung sind, mal schauen, ob wir die Nächsten dann auch nochmal beklatschen müssen. Denn das Umfeld ist ja sicherlich auch sehr ermutigend. Wenn hin und wieder mal bei Ihnen die Biorhythmuskurve durchsackt, dann ist es Familie, dann sind es Freunde, die einem dann nochmal einen nötigen Schubs geben. Also denen ist auch gleich zu danken. Und das machen wir dann in einem Mentoto mit den Damen und Herren, da habe ich immer Chapeau zu sagen, den Damen und Herren Jurorinnen und Juroren. Denn ohne die gäbe es ja Sie als Preisträgerinnen und Preisträger gar nicht. Die haben sich der Mühe unterzogen, ihre Arbeiten einer kritischen Prüfung und Wertung zu unterziehen. Wir sollten alle nochmal mit einem Applaus vergehen. Applaus Es ist Ihre Begeisterungsfähigkeit und Ihr Interesse, meine jungen Damen und Herren, die die Dr. Hans-Riegel-Stiftung, ich kriege es schon gezeigt, die gelbe Karte, rote kriege ich nicht noch. Aber die uns motiviert, die Bildungsanstrengungen in diesem unserem Land, für unser Land, für Sie weiterhin auszubauen. Und wir tun das von der Förderung naturwissenschaftlich-technisch orientierter Kindergärten über unseren spannenden Science Truck Touch Tomorrow, mit dem wir in die Schule gehen, unterwegs sind, mobil innovative Zukunftstechnologien zum Anfassen zugänglich und begreifbar machen. Und last but not least auch in der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung, zum Beispiel in der Teilchenphysik. Zum guten Schluss, das ist mir ganz wichtig, gucke ich in die Richtung. Ich möchte es nicht versäumen im Namen der Dr. Hans-Riegel-Stiftung, allen, die uns seit 14 Jahren so toll, so exzellent, muss man ja in dieser Uni immer wieder sagen, so exzellent unterstützen und vor allen Dingen diese Vielfalt, die wir an Themen mit Ihnen haben. Es ist ja nicht nur diese Veranstaltung, aber die ist natürlich das Wichtigste und heute im Fokus, sondern verschiedenartige Talentforderungen mit uns begleitet haben. Da gilt unser ganz herzlicher Dank, allen voran Frau Dr. Grugel, seit 14 Jahren und ihrem aktuellen Team. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank für diese sehr schönen, einleitenden Worte. Ich glaube, man kriegt mit, wie lebendig dieser Hans-Riegel-Preis ist, warum es ihn seit 2006 gibt und dass Bonn schon ganz am Anfang stand und da was ganz Tolles draus entstanden ist. Sie, ihr seid jetzt alle Teil davon und da kommen wir auch gleich hin. Es gibt aber noch jemanden, der ein Grußwort sprechen möchte und das aber über eine Videobotschaft. Wir hoffen, es funktioniert alles gut. Nämlich melden möchte sich die Ministerin für Schule und Bildung des Landes NRW, Yvonne Gebauer. Bitte schön. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen und der Dr. Hans-Riegel-Stiftung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bereits zum zehnten Mal werden die besten Facharbeiten von Schülerinnen und Schülern in den Fächern Biologie, Chemie, Geografie, Mathematik und Physik durch die Dr. Hans-Riegel-Fachpreise prämiert. Auch in diesem Jahr gingen zahlreiche Arbeiten ein, die von den jeweiligen Fachjuries gesichtet wurden. Und sicherlich war die Auswahl schwierig, denn Ihre Facharbeiten, liebe Schülerinnen und Schüler, zeugen von hoher Qualität und profundem Wissen. Sie haben schwierige Themen angepackt. Sie haben geforscht und durch das Verfassen Ihrer Facharbeit einen Eindruck über wissenschaftliches Arbeiten erhalten. Und daher gratuliere ich natürlich ganz herzlich den Siegerinnen und Siegern dieser anspruchsvollen Aufgabe. Ausdrücklich gratulieren möchte ich aber auch der Dr. Hans-Riegel-Stiftung. Seit inzwischen zehn Jahren werden von der Dr. Hans-Riegel-Stiftung jährlich schulische vorwissenschaftliche Arbeiten im MINT-Bereich ausgezeichnet. Und hierbei ist es der Stiftung wichtig, junge Talente im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich zu fördern und frühzeitig den Kontakt zur Hochschule herzustellen. Dies stärkt die Studierfähigkeit der jungen Menschen. Und die Dr. Hans-Riegel-Fachpreise stellen damit ein wertvolles Instrument zur Motivation junger Menschen für die MINT-Fächer dar. Mein besonderer Dank gilt auch den Universitäten in Bochum, Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster für ihre sehr engagierte Arbeit. Der Praxisaustausch zu modernen wissenschaftlichen Arbeitsweisen zwischen Schulen und Hochschulen wird durch diesen Wettbewerb intensiv gefördert. Und er bestärkt junge Menschen darin, später auch ein MINT-Fach zu studieren. Jedes Jahr geht eine Vielzahl an Arbeiten ein, von denen in den vergangenen zehn Jahren an der Universität Bonn sogar bereits seit 13 Jahren inzwischen mehr als 500 Arbeiten ausgezeichnet werden konnten. Hierbei sind kreative Fragestellungen auch zu hochaktuellen Themen wie beispielsweise den erneuerbaren Energien, der Mikroplastik oder der Gentherapie, sowie ein praktischer Eigenanteil wichtiger Einflussfaktoren für eine Prämierung. Das unterstreicht den qualitativ hohen Stellenwert dieses Wettbewerbs. Einen solchen Wettbewerb über einen so langen Zeitraum zu gestalten, erfordert ein hohes Maß an Engagement und nicht zu vergessen das nötige Know-how. Daher geht mein herzlicher Dank auch an all diejenigen, die unsere Schülerinnen und Schüler hierbei tatkräftig unterstützen. Die sind zum einen natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, zum anderen die vielen ehrenamtlichen Juroren und Mitwirkenden an den Universitäten. Gemeinsam stellen sie den Kontakt zwischen Schule und Hochschule her, indizieren Projekte, organisieren Veranstaltungen und schaffen so inspirierende Lernräume. Ihr Beispiel zeigt, wie das Zusammenspiel interessierter Schülerinnen und Schüler, außerschulischen Partnern wie der Dr. Hans-Riegel-Stiftung, den Hochschulen, den Lehrkräften vor Ort und den vielen ehrenamtlichen Helfern wunderbar funktionieren kann. Auch für die nächsten Jahre wünsche ich uns allen viele weitere kreative Arbeiten, aus denen neue innovative Forschungsvorhaben erwachsen und die schulische Ausbildung noch enger mit der universitären Arbeit verknüpfen. Vielen Dank und alles Gute für die kommenden Jahre. Ja, ich glaube, einige wollten jetzt gerade klatschen. Ich glaube, das können wir schon machen. Uni Bonn TV ist ja da. Das wird auf YouTube hochgeladen. Herzlichen Dank an die Ministerin, Frau Gebauer. Wer jetzt ein bisschen verwirrt ist, hier wurde jetzt über zehn Jahre geredet. Wir hatten jetzt gerade 2006 und das 14. Mal und das 13. Mal. Die werden hier an der Uni Bonn die Dr. Hans-Riegel-Fachpreise seit 2006 rausgegeben. Das Grußwort und hier die Glückwünsche zur zehnten Verleihung galt an einzelnen Fächern, die dieses Mal zum zehnten Mal vergeben werden. Noch was vielleicht zu der Reihenfolge. Auch die leitet sich ein bisschen davon ab, wie viele oder seit wann die einzelnen Fächer hier dabei sind. Aber auch das sorgt immer für einigermaßen unterhaltsame Diskussionen, an welcher Reihenfolge denn welches Fach ist. Da wollen wir aber heute nicht so groß drauf eingehen. Im Folgenden wird es so laufen, dass hier ein Vertreter, eine Vertreterin der jeweiligen Fachgutachter in einer bestimmten Reihenfolge hier die Preise verleihen. Das heißt, es wird erst verschiedene Laudationen geben, Lobeshymnen auf ihre Arbeiten mit immer wieder Einblicken, wie sie auch schon Frau Professorin Henssler gegeben hat. Und danach werden hier die Preise überreicht und wir treffen uns noch kurz für ein schnelles Foto. Das so zum groben Prozedere. Es gibt eine kleine Neuerung sozusagen in diesem Jahr. Ja, das Thema lädt ein zum Loben. Es lädt dazu ein, sich in die jeweiligen Arbeiten zu vertiefen. Ich habe das Gefühl nachher, bei den etwas inoffizielleren Feierlichkeiten kann man das vielleicht nochmal vertiefend machen. Hier ist jetzt primär meine Aufgabe, so ein bisschen auf die Zeit zu achten. Und die Fachgutachterinnen und Fachgutachter haben vorhin schon spekuliert, was ich vorhabe. Von wissenschaftlichen Konferenzen kennt man das, dass man einen gewissen Zeitslot hat und ab einem gewissen Punkt eine Minutenzahl angezeigt bekommt. Sie haben noch fünf Minuten, drei Minuten und die goldene letzte Minute. So harsch will ich es heute nicht machen. Ich habe nur einen Zettel dabei und der sagt neun Minuten. Wir haben für jeden ungefähr zehn Minuten eingeplant. Das heißt, bei neun Minuten wissen Sie so ungefähr, die letzte Minute ist angebrochen. Aber das werden Sie auch noch lernen, wenn Sie an der Uni sind. An der Uni ist auch ein akademisches Viertel, manchmal länger als eine Viertelstunde. Ich werde also die neun Minuten hochhalten und ich werde nicht davor zurückschrecken, demonstrativ da hinten aufzustehen, wenn diese neun Minuten massiv überzogen werden. Will aber auch niemand einengen in den Lobeshymnen auf Ihre Arbeiten. Mal gucken, wie es funktioniert. Wir schauen mal. Beginnen werden wir mit der Biologie, mit Professor Dr. Gruß, der hier als Erster die Laudatio hält. Ja, vielen Dank. Ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt kein Grußwort mehr sprechen muss, weil es ist eigentlich alles schon wunderbar charmant gesagt worden, was man so allgemein über die Preisvergabe sagen kann. Ich möchte mich zunächst entschuldigen, dass ich jetzt bei uns in der Biologie anfange, beim neuen Team für die Gutachter bedanken. Frau Professorin Annette Scherzer und Dr. Julia Schwarzer haben mich unterstützt. Wir zu dritt haben also die Facharbeiten aus der Biologie begutachtet. Wir hatten, das haben wir ja schon gehört, die meisten Facharbeiten. Wunderschön natürlich, aber für uns natürlich auch die meiste Arbeit. 34 Arbeiten für die Biologie, die eingereicht waren von 109. Und ja, auch das haben wir schon gehört, die Biologie hat ein Gender-Issue. Es ist allerdings nicht mehr ganz so schlimm wie in den vergangenen Jahren. Von den 34 haben wir immerhin zwölf Einreichungen von Schülern. 22 kamen von Schülerinnen. Und wir haben, glaube ich, jetzt eine ganz gute Balance gefunden. Auch zwei Preise gehen an Schülerinnen und ein Preis geht an einen Schüler. Das spiegelt interessanterweise ganz gut wider, was wir auch bei den Studierenden sehen, dass wir nämlich etwa zwei Drittel weibliche Studierende haben im Fachbereich Biologie. Also Exzellenz, auch dieser Begriff ist schon gefallen. Wir als Gutachter haben versucht, das, was wir als Exzellenz erkannt haben, zu würdigen und in Preise umzusetzen. Was ist Exzellenz? Schwierig zu definieren im naturwissenschaftlichen Sinne auch. Was ist für uns subjektiv? Was sind die Kriterien, die wir angelegt haben? Ich weiß nicht, wer per Anhalter durch die Galaxis kennt. Es wurde eine riesige Maschine gebaut, mit der man eine ganz wichtige Fragestellung hat versucht zu beantworten. Am Ende kommt eine präzise Antwort raus, aber man hat vergessen, was die Fragestellung eigentlich ist. Also in diesem Sinne, das Allerwichtigste ist, machen Sie sich, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, machen Sie sich Gedanken über die Fragestellung. Das ist das Allerwichtigste. Originalität des gewählten Themas und der Fragestellung, das war für uns äußerst wichtig und haben wir entsprechend gewürdigt. Natürlich ein für die experimentelle Wissenschaft der Biologie erkennbarer, experimenteller Eigenanteil, wie der sich darstellt, ist ganz unterschiedlich, aber Ihre originelle Studie, Ihr origineller Beitrag, das haben wir gewürdigt. Hinreichend, umfassend, aber präzise beschrieben, das Thema eine klare und wissenschaftlich korrekte Sprache, sachliche Darstellung ohne zu emotionalisieren, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, die Verwendung sinnvoller grafischer Darstellungen für die wissenschaftlichen Ergebnisse und die korrekte Platzierung und Darstellung von den wissenschaftlichen Zitationen. Auch das ist ganz wichtig. Gehen Sie über Dr. Google und www hinaus und machen Sie wirklich korrekte Quellenangaben. Und damit will ich eigentlich nicht weiter vorreden, sondern unsere Preisträgerinnen und Preisträger hier mit aufs Podium bitten. Ich rufe es der Reihe nach auf und wir zitieren ein bisschen aus den Laudationes, die wir verfasst haben. Der dritte Platz geht an Rebecca Herbst von der Europaschule Bornheim. Frau Herbst, wenn Sie ruhig schon mal hier nach vorne kommen. Zitat, das Schlafverhalten des Jugendlichen, welchen Einfluss haben biologische Determinanten und jugendliche Verhaltensweisen auf den Schlafrhythmus und die Schlafqualität in der Pubertät? Damit hat sich Frau Herbst beschäftigt und ich zitiere mal, um die Ergebnisse ihrer Literaturrecherche mit den realen Erfahrungen Jugendlicher abgleichen zu können, hat Rebecca Herbst anschließend eine eigene Studie mit 102 Mitschülerinnen der Klassen bis 5 bis 13 durchgeführt. Sie hat hierfür einen eigenen Fragebogen konzipiert. Die Ergebnisse ihrer Studie sind sauber dokumentiert und durch passende Diagramme hervorragend visualisiert. Sie zeigen unter anderem, dass besonders die Gruppe der 14-Jährigen unter der Woche deutliche Schlafdefizite aufweist. Frau Herbst kommt zu dem Schluss, dass die biologischen Determinanten zwar den Schlafrhythmus verändern, die Schlafqualität aber in erster Linie vom Verhalten der Jugendlichen beeinflusst wird. Daraus folgert sie, dass ein späterer Schulbeginn den Jugendlichen zwar entgegenkäme, da dieser die benötigte Schlafdauer ermöglicht. Um aber eine hohe Schlafqualität garantieren zu können, müssten die Jugendlichen ihr Verhalten entsprechend anpassen. Auf Grundlage ihrer Rechercheergebnisse formuliert Rebecca Herbst diesbezüglich treffende Empfehlungen. Die Facharbeit ist durch ihre überlegte methodische Herangehensweise die klare und umfassende Dokumentation der Recherche und Studienergebnisse sowie den reflektierten Umgang mit den eigenen Daten und die Diskussionstiefe besonders positiv aufgefallen. Bitte noch einmal Applaus. Sehr schön, Sie dürfen am Ende dann auch noch einmal klatschen, wenn wir die Preise wirklich verleihen. Der zweite Platz, wir hatten es in der thematischen Übersicht schon erwähnt, geht an Frau Clara Kuske vom Amos-Komenius-Gymnasium in Bonn für ihre Arbeit zu potenziellen Folgen für Mensch und Umwelt durch Mikroplastik in Kosmetika. Frau Kuske, wenn Sie nach vorne kommen wollen. Dieses Thema hat tatsächlich vor ein paar Jahren auch schon einmal einen Preis eingeheim, aber Sie sehen, wie wichtig wir dieses Thema, also wie wichtig wir das erkennen und deswegen haben wir diesmal auch noch einmal hier einen Preis zu erkannt, der natürlich auf der exzellenten Arbeit von Frau Kuske basiert. Ich zitiere, sehr präzise beschreibt Frau Kuske den Weg der Kunststoffpartikel vom Anwender über das Abwasser in Umwelt und Natur, deren Fragmentierungen immer kleinere Partikel, die flächige Ablagerung auf Böden und Pflanzen und die Aufnahme durch Tiere und den Menschen. Die theoretische Abhandlung ist logisch einwandfrei aufgebaut und im Detail wissenschaftlich korrekt beschrieben. Insbesondere die konsequente Belegung mit Originalquellen ist beeindruckend. Dem theoretischen Teil folgt ein klar strukturierter und gut dokumentierter experimenteller Teil, in dem drei Kosmetikprodukte konsequent analysiert werden und die Evidenz für Naturkosmetikprodukte ohne Mikroplastik liefert. Frau Kuske begnügt sich jedoch nicht mit diesem Ergebnis, sondern diskutiert kritisch die Nachhaltigkeit auch von Naturkosmetikprodukten. Sie rückt die Problematik der Abbaubarkeit von Substanzen als generelles Problem in den Vordergrund und diskutiert weiter Maßnahmen zur Filtration und zur generellen Vermeidung von Mikroplastik, um den Eintrag der Kunststoffpartikel in die Umwelt insgesamt zu reduzieren oder sogar zu vermeiden. Frau Kuske gibt einen interessanten Einblick in ein hochaktuelles und für die Ökologie, Ökonomie und Gesundheitswesen äußerst relevantes Thema. Die fachkundige und theoretische Abhandlung, der definierte und präzise experimentelle Teil und die kritische Diskussion in diesem Thema zeichnen die Arbeit besonders aus. So, und dann haben wir einen ersten Platz, wobei wir uns natürlich mit solchen Rankings immer schwer tun. In diesem Fall ist es allerdings so, dass wir alle drei als Gutachterinnen und Gutachter fanden, dass dieser Beitrag den ersten Platz verdient hat. Der erste Preis geht an Kaspar Jung vom Gymnasium Schloss Hagerhof in Bad Honnef. Herr Jung, wenn Sie auch nach vorne kommen, Ihr Thema war... Herr Jung, das Thema ist auch sehr aktuell äußerst relevant und signifikant. Brutvogelkattierung in den Weinbergen am Drachenfels und Diskussion möglicher Naturschutzmaßnahmen. Hier geht es um Biodiversität, eines unserer größten Probleme in Anführungszeichen. Biodiversitätsverlust und ich zitiere, ist allgegenwärtig und ist nicht zuletzt durch die zu Recht medienwirksam geführte Diskussion um die Ursachen des Insektensterbens auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Um diese Thematik zu verstehen, braucht es Artenkenner. Kaspar Jung ist ein solcher und leistet in seiner Facharbeit einen sehr wichtigen Beitrag. In dieser präsentiert er nicht nur eine umfangreiche Kartierung der Brutvögel in den Weinbergen am Drachenfels, deren Ergebnisse er auf einer Expertenplattform zur Verfügung stellt, sondern diskutiert differenziert die Habitat-Characteristika des Untersuchungsgebiets, insbesondere in Bezug auf das Vorkommen und die Verbreitung Weinbergstypischer Vogelarten. Darüber hinaus schlägt er unterschiedliche Naturschutzmaßnahmen vor. Die sollten sie umgesetzt werden, die AVI-Fauna am Drachenfels erhalten, wenn nicht erweitern würden. Alle drei Gutachter der Biologie haben Kaspar Jung unabhängig voneinander übereinstimmend für den ersten Platz ausgewählt, da seine Arbeit nicht nur ein sehr aktuelles Thema behandelt, sondern vor allem durch die sehr umfangreich und differenziert geführte Diskussion und nicht zuletzt durch die exzellente Artenkenntnis des Verfassers heraussticht. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Lehramt, ich möchte jetzt natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, sie zu erwähnen. Herr Harting ist der betreuende Fachlehrer von Herrn Jung. Ich weiß nicht, ob er da ist, dann würden wir ihn mit auf die Bühne bitten. Die Arbeit von Frau Herbst wurde von Frau Knappe an der Europaschule Bornheim betreut und Frau Dr. Bauer hat Frau Clara Kuske am Amos-Komenius-Gymnasium ermöglicht, ihre Arbeit zu erstellen. So, und damit kommen wir zur Verleihung der Preise. Da sind jetzt der Moderator und die Vertreter der Stiftung wieder gefragt. Vielleicht nochmal einen kräftigen Applaus für die Preise. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Ja, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch nochmal an alle Preisträgerinnen und Preisträgern. Auch an Sie, Herr Professor Gruß, 10 Minuten 22 war jetzt die erste Laudatio, jawohl. Die Fotos am Ende werden natürlich rausgezählt aus der offiziellen Wertung. Wir machen direkt weiter und zwar mit dem Fach Geografie und da tragen Prof. Dr. Nutz und Frau Anna Schoch-Baumann im Duett vor. Applaus Ja, auch ein herzliches Willkommen von unserer Seite. Mein Name ist Manfred Nutz, Frau Anna Schoch-Baumann. Wir waren die, oder sind die noch junge Jury. Wir sind zum, die Geografie ist zum 14. Mal dabei, gehört also zum Gründungsfach. Und ein, zwölf Jahre haben das die Kollegen Schmiedecken und Lauchs gemacht und wir sind jetzt seit zwei Jahren dabei. Und seit letztem Jahr macht es auch richtig Freude. 21 Bewerbungen, es wurde schon gesagt, sind eingegangen. Der Frauenanteil 81 Prozent. Ich denke, wir tun unseren Anteil, um die Frauenförderung in den MINT-Fächern zu bewerkstelligen. Und der Preisträgerinnen-Anteil ist 100 Prozent. Sie hatten es schon angedeutet. Ob das gut ist, muss man diskutieren. Aber wir haben ja eine Gleichstellungsbeauftragte an der Uni, das kriegen wir schon hin. 17 Bewerbungen aus verschiedenen Bonner Schulen sind eingegangen, aber auch Rheinbach, Königswinter und Neunkirchen-Seelschalt aus dem suburbanen Raum waren vertreten. Das freut uns natürlich sehr. Ich darf jetzt die Preisträgerinnen nach vorne bitten. Den dritten Platz belegt eine Facharbeit aus dem LK des Kardinal-Frings-Gymnasiums, vorgelegt von Anna Vierley, betreut von Herrn Schönen, mit dem Thema Soziale Auswirkungen der Braunkohleförderung am Beispiel des Tagebaus Garzweiler. Frau Vierley, ich darf Sie nach vorne bitten. Den zweiten Platz belegt eine Facharbeit des Erdkundegrundkurses im Gymnasium am Ölberg aus Königswinter, vorgelegt von Elina Nikolai, betreut durch Frau Nadine Triemer. Frau Nikolai hat das Thema bearbeitet, da taut sich was zusammen, die Auswirkungen des klimawandelbedingten Rückgangs des Permafrosts auf die Infrastruktur und die wirtschaftliche Lage der sibirischen Großstadt Jatutsk. Wollen Sie auch auf die Bühne kommen? Und den ersten Platz belegt eine Facharbeit aus dem LK Erdkunde im Amos-Gromenius-Gymnasium in Bonn, vorgelegt von Maja Finteneck, betreut durch Frau Götz. Frau Finteneck hat das Thema bearbeitet, Chancen von regionalen Tourismusprojekten am Beispiel der Rheinischen Apfelroute. Ich darf Sie und einen Vertreter, Vertreterin der Schule nach vorne bitten. Meine Damen und Herren, Sie sehen und haben es auch in der Einleitung schon gehört, wie breit das Themenspektrum ist. Aber das Besondere bei geografischen Themen ist, dass auch intradisziplinär ein recht breites Spektrum vorhanden ist. Und das ist der Grundcharakter der Geografie, nämlich Natur- und Gesellschaftswissenschaft zu berücksichtigen. Und deswegen müssen wir als Gutacht auch hier im Doppelpack auftreten, weil einer alleine das gar nicht ableisten kann. Die physische Geografie auf der einen Seite, die Humangeografie auf der anderen Seite. Aber nicht nur diese Dichotomie ist charakterisierend, sondern auch die Mitte, die sogenannte dritte Säule der Geografie als Schnittstelle zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Und ich denke, wenn Sie in die Medien schauen, kommen Ihnen die entsprechenden Themen täglich über den Äther globaler Umweltwandel, Nachhaltigkeit, Naturgefahren, Ressourcenknappheit und so weiter. Und immer mehr müssen räumliche Phänomene und Raumsysteme einer mehrdimensionalen Betrachtung unterzogen werden, um aktuelle Prozesse in den Stadtlandschaften, in den Waldlandschaften, in den Agrarlandschaften, in den unterschiedlichen Kulturlandschaftstypen erklären zu können. Und Schlagzeilen wie Klimawandel, wem gehört die Stadt, Raubbau, Abholzung der Regenwälder, denke ich, sprechen eine deutliche Sprache, wie wichtig diese Schnittstelle ist. Und dass wir das natürlich nicht nur intradisziplinär, sondern auch interdisziplinär angehen müssen. Und das tun wir auch. Doch nun zu den eingereichten Facharbeiten. Über 20, das ist eine stattliche Zahl und die Auswahl war verständlicherweise nicht ganz einfach. Es konnte eine klare Spitzenarbeit identifiziert werden mit der herausragenden Arbeit von Frau Findeneck. Und auch Platz zwei war mit der bemerkenswerten Literaturarbeit von Frau Nikolai übereinstimmend positioniert worden. Doch dann folgte eine kleine Gruppe von überdurchschnittlichen Facharbeiten, die in ihrer Qualität sehr eng beieinander lagen. Und das war dann nicht einfach. Und hier hat Frau Fierley mit ihrer Arbeit, die ein Höchstmaß an Originalität aufwies, sich durchsetzen können in dieser Gruppe. Und dazu einen herzlichen Glückwunsch. Die Kriterien, die wir angelegt haben, waren ähnlich, wie mein Vorredner das auch schon gesagt hat, die Wissenschaftlichkeit, der wissenschaftliche Anspruch, die Literaturauswahl bzw. Datenbasis, eventuell auch empirischer Zugriff, die Originalität wichtig, die Gliederungsdringenz, also der rote Faden wurde natürlich berücksichtigt und auch die Sprache, Formalia, Zitierweise etc. Also das sind die Kriterien, die wir angelegt haben und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Einige Anmerkungen zum dritten Platz zu Frau Fierley, soziale Auswirkungen der Braunkohleförderung am Beispiel des Tagebaus Garzweiler. Diese Thematik seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon sind die Auswirkungen des Braunkohletagebaus, Untersuchungsgegenstand der Fachdisziplin Geografie, ob das ökologische Auswirkungen des Eingriffs in die Landschaft sind, ob das Konzepte der Renaturierung sind, wirtschaftsgeografische Bilanzierung oder sozialgeografische Untersuchungen zu Ortsverlagerung und Heimatverlust. Und trotzdem ist die Thematik von Frau Fierley-Brandt aktuell und genau das war auch der Anlass der Kandidatinnen, genau dieses Thema auszuwählen, denn die aktuellen Diskussionen zum Kohleausstieg in der Bundesrepublik und die massiven Proteste der Kohlegegner vor unserer Haustür zum Schutze von Hambi sind in der Öffentlichkeit sehr präsent. Und die Gliederung der Arbeit, die gibt eine sehr klare und gute Orientierung zum Gedankengang der Kandidatin, was sie sich letztendlich als roten Faden ausgesucht hat und sie nimmt verschiedene Akteure in dieser hochpolitischen Thematik unter die Lupe und hat damit eine Ausgewogenheit bei der Berücksichtigung unterschiedlicher Positionen zur Umsiedlung im Blick. Sie zieht die Argumente sowohl von RWE Power in die Analyse ein, als auch die Rolle der Politik, sie fragt nach den Argumenten der Protestbewegung und sie nimmt die Sichtweise der von der Umsiedlung betroffenen Bewohner mit hinzu. Mit dieser Akteurskonstellation finden die Eckpfeiler des Braunkohletagebausdiskurs eine umfassende Berücksichtigung. Das ist ihr sehr gut gelungen, also diese Ausgewogenheit, denn dieses Thema wird natürlich häufig auch sehr emotional, parteiisch und subjektiv diskutiert. Die Arbeit besticht zudem durch die Produktion primärer Informationen. Die hat Frau Vierlei durch einen vielfältigen Methodenmix erhoben und so ist es ihr gelungen, einen hochrangigen RWE-Mitarbeiter, ehemaligen RWME-Mitarbeiter zu befragen, Bürgerbefragungen vor Ort durchzuführen, Mitglieder der Protestbewegung zu interviewen, als auch, und das fand ich sehr charmant, die letzte Einwohnerin von Immerath für ein Telefoninterview zu gewinnen. Teilnehmende Beobachtung, eigene Fotodokumentation ergänzen das empirische Material wunderbar. Der Kandidatin gelingt es, nicht nur eine sorgsame Deskription dieser komplexen Gemengelage darzustellen. Im Ergebnis kommt Frau Vierlei zu dem Schluss, dass es zu einer Diskrepanz zwischen Theorie, Konzept und Realität kommt, Denn so kann zum Beispiel der Standort mit zusammengelegten Flächen für einen Landwirt durchaus Sinn machen, wenn allerdings diese Fläche mangels Flächenverfügbarkeit nicht zur Verfügung gestellt werden kann und ihm deswegen Kompensationszahlungen angeboten werden, die über einen jahrelangen dauernden Verhandlungsprozess nicht ausgezahlt werden, dann kann das für einen Landwirt existenzbedrohend sein. Also Theorie und Realität klaffen hier stark auseinander. Oder auch die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner, die Vorzüge eines neuen Wohnortes mit einer besseren Infrastruktur als im alten, aber auch der Verlust der Heimat sind hier zu nennen. Und so ist das Ergebnis der Facharbeit letztendlich eine Medaille mit bekanntlich zwei Seiten. In der Gesamtschau hat Frau Vierlei eine Facharbeit von hoher Originalität vorgelegt. Es handelt sich dabei nicht um eine wissenschaftliche Arbeit im klassischen Sinne, sondern um eine Feldstudie, die als sehr schöne Exploration bezeichnet werden kann. Und das Engagement der Kandidatin und vor allen Dingen die Empirie und der Methodenmix haben uns sehr überzeugt. Herzlichen Glückwunsch. Hallo auch von meiner Seite. Ich darf die Laudatio für den zweiten Platz im Fach Geografie halten. Und zwar für die Facharbeit von Elena Nikolai mit dem Titel Da taut sich was zusammen. Die Auswirkungen des klimawandelbedingten Rückgangs des Permafrosts auf die Infrastruktur und die wirtschaftliche Lage des sibirischen Großstadt Jakutsk. Die Folgen des Klimawandels werden nicht nur in der geografischen Forschung behandelt, sondern sie sind seit einiger Zeit auch in den Medien und im Alltag von uns allen präsent. Seit Monaten lesen oder hört man praktisch jeden Tag von den Fridays for Future-Demonstrationen oder deren Initiatoren Greta Thunberg. Ende September findet der UN-Klimagipfel 2019 in New York statt, mit dem Ziel, dass die Vereinbarungen des Übereinkommens von Paris zur Umsetzung gebracht werden. Wie man sieht, hat die Arbeit größte Relevanz und könnte nicht aktueller sein. In kalten Gebieten wie der Arktis sind die Auswirkungen des Klimawandels besonders drastisch. In einer umfassenden Literaturarbeit befasst sich Elena Nicolai mit dem Thema der Permafrost-Degradation anhand des Fallbeispiels der sibirischen Stadt Jakutsk. Sie geht insbesondere auf die Auswirkungen in Bezug zur Infrastruktur und der wirtschaftlichen Lage der Stadt ein. Einige von Ihnen fragen sich nun berechtigterweise meiner Meinung nach, was ist eigentlich Permafrost genau? Deshalb möchte ich eine kurze Definition, eine sehr genaue Definition geben, der internationalen Permafrost-Vereinigung. Permafrost ist als Untergrund, also Boden, Gestein mit eingeschlossenem Eis oder auch organischem Material definiert, der für mindestens zwei aufeinanderfolgende Jahre bei oder unter 0 Grad liegt. Das ist eine sehr präzise thermische Definition. Das heißt, Permafrost ist also eines der unscheinbaren natürlichen Phänomene, da man ihn nicht im Gegensatz zu den deutlich bekannteren Gletschern und deren Rückgang sehen kann. Dennoch spielt die Permafrost-Dekgradation eine wichtige Rolle in der Klimawandelproblematik, denn durch das Abschmelzen des Eises werden in den Boden gespeicherte klimawirksame Gase, vor allem Methan, freigesetzt. Methan, das um ein Vielfaches klimawirksamer ist als CO2. Es verstärkt den anthropogenen Treibhauseffekt und damit die Erwärmung der Atmosphäre. Eine positive, sich selbst verstärkende Rückkopplung. Elena Nikolaitz zitiere in Arbeit Toni Lefkowitz, den ehemaligen Präsidenten der Internationalen Permafrost-Vereinigung, der die Bedeutung des Permafrosts in Zeiten des Klimawandels betont. Ich zitiere, weil Millionen Menschen auf Permafrostboden leben und vom Permafrost abhängig sind. Infrastruktur steht darauf und die Kosten steigen erheblich, wenn sich der Permafrost erwärmt und taut. Sie sehen, relevant und aktuell. Nun zur Arbeit im Detail. Die Arbeit weist eine klare Struktur auf. Sie ist wissenschaftlich und sachlich formuliert. Die Fachtermini werden gekonnt eingesetzt. Der theoretische Hintergrund zu Permafrost, dessen Verbreitung und Rückgang bilden ein gutes wissenschaftliches Fundament für die Arbeit. Doch vor allem die Anwendung der Thematik auf ein konkretes Untersuchungsgebiet, die ostsibirische Stadt Jakutsk, hat uns überzeugt und beeindruckt. Nach einer kurzen, prägnanten Beschreibung der Stadt und Region, der Infrastruktur und der wirtschaftlichen Lage, zeigt Frau Nikolai den Rückgang des Permafrosts in der Region sowie dessen Auswirkungen sehr detailliert auf. Dies wird anhand von vielen Beispielen deutlich. Aufgrund des Permafrosts sind die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung deutlich schwieriger. Leitungen können nur oberflächlich verlegt werden. Der Bau von Gebäuden und Straßen stellt eine besondere Herausforderung dar. Durch die Pfahlbauweise werden Gebäude stabil im Permafrost gebaut, sodass das saisonale Auftauen der obersten Meter nicht zu Beschädigungen führen kann. Elena Nikolai folgert jedoch richtig, dass, ich zitiere, der Rückgang des Permafrosts aber auch zu Beschädigungen auf Pfählen errichteter Gebäude führen kann, wenn beim Bau die Pfähle schlichtweg nicht tief genug eingesetzt wurden und die Auftauschschicht inzwischen so mächtig geworden ist, dass sie das Fundament der Pfähle destabilisiert. Diese Folgen des Permafrostrückgangs führen zu hohen Kosten und bedeuten, wenn nicht in die Erhaltung investiert wird, einen Standortnachteil für die Stadt und die Region. Zum Schluss kritisiert Frau Nikolai, dass Bewohner der russischen Städte in Permafrostgebieten und sogar russische Wissenschaftler sich skeptisch gegenüber dem anthropogenen Klimawandel zeigen. Sie merkt an, dass dies zum Verhängnis werden könnte, da derzeitige und zukünftige Probleme so nicht erkannt und bewältigt werden können. Daher appelliert sie an ein schnelles, international abgestimmtes und wissenschaftlich fundiertes Handeln. Abschließend kann ich nur sagen, aufgrund der Stringenz und dem hohen Niveau der Wissenschaftlichkeit der Arbeit, der bemerkenswerten Literaturrecherche und der gelungenen Anwendung des Themas auf ein spezielles Untersuchungsgebiet wird die Facharbeit von Elena Nikolai mit dem zweiten Platz im Fachbereich Geografie prämiert. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zum ersten Platz in der Geografie. Frau Maja Findenbeck, Chancen von regionalen Tourismusprojekten am Beispiel der Rheinischen Apfelroute. Maja Findenbeck greift in ihrer Facharbeit ein aktuelles Thema der Regionalentwicklung auf, denn die Tourismusbranche boomt und gehört zu den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen in Deutschland, noch anders als die Auto- oder Immobilienindustrie. Bemerkenswert ist hierbei besonders der Beschäftigungseffekt durch kleinere und mittlere Unternehmen, die zunehmend auch für ländliche Regionen relevant sind. Und Förderprojekte fördern dieses und das Tourismusprojekt Rheinische Apfelroute ist seit Mai 2019 hier eröffnet. Nach einer aussagekräftigen und sensibilisierenden Einleitung wird ein theoretisch orientierter Überbau konstruiert, der als Triangulation aus Regional-, Fahrrad- und Thementourismus bezeichnet werden kann. Und dabei fällt auf, dass den Ausführungen eine sehr ordentliche Literaturrecherche vorausgegangen ist und damit ein gutes wissenschaftliches Fundament gelegt ist. Die Literaturfundstellen sind im Text vorbildlich und korrekt zitiert, wie man es sich in mancher universitären Hausarbeit wünschen würde. Neben der Sekundärliteratur verwendet Frau Finnweg aber auch primäre Quellen, beispielsweise Daten aus amtlichen Statistikportalen, um aktuelle Entwicklungen zu belegen. Der Hauptteil der Facharbeit geht über die Deskription dieses Routenprojekts aber weit hinaus. Die Kandidatin kontextualisiert die Route und deren Verlauf mit topografischen und geografischen Grundlagen, bevor sie auf das Projekt im engeren Sinne eingeht. Dabei arbeitet sie besonders Facetten der spezifischen Kulturlandschaft sehr schön heraus. Der praktische Bezug wird anschließend durch das Aufzeigen des Partnernetzwerkes hergestellt, das die Route förmlich zum Leben erwecken will. Egal, ob das Obsthöfe sind, Gastronomiebetriebe, Einzelhandel, Fahrradinfrastruktur, alle Beteiligten müssen in vernetzter Struktur klare Qualitätsstandards erfüllen, damit sie in das Marketing mit einbezogen werden können. Und im Marketing, so stellt Frau Findeneck fest, stehen die gesundheitsbewussten Best-Ager sowie die erlebnisorientierten Familien im Fokus. Ich musste nachgucken, ob ich noch dazugehöre. Ja, ich darf also auch diese Route fahren. Die Grundlage der Ausführung zum Apfelroutenprojekt bildet eine Reihe von grauen Literaturtiteln und vor allen Dingen Auswertung von leitfadengestützten qualitativen Interviews, wie etwa mit der Projektleitung, aber auch mit Expertinnen aus der Wirtschaftsförderung von drei beteiligten Gemeinden, sodass also hier auch empirisches Originalmaterial da ist. Und wenn Frau Findeneck anschließend eine Bewertung des Projektes im Kontext des regionalen Tourismus vornimmt, dann setzt sich das überdurchschnittliche Niveau fort. Und hier wird eigenes, analytisches Gedankengut systematisch vorgetragen. Ähnlich gut ist auch der Vergleich mit dem Ruhrtalradweg, der Indikator basiert und wirklich als eigenständige Leistung gearbeitet worden ist. Sehr schön. Und hier erkennt die Kandidatin durchaus noch Problempunkte bei der Apfelroute, denn im Gegensatz zum Ruhrtalweg ist sie weder in ein übergeordnetes Tourismuskonzept eingebettet, noch ist das Regionalimage ähnlich positiv besetzt wie etwa das touristische Sauerland. Und in ihrem gehaltvollen und kompetenten Fazit bescheinigt Frau Findeneck der Apfelroute ein mehrdimensionales Chancenpaket für die künftige Entwicklung, weist aber auch auf die endogenen Potenziale hin. Zitat aus der Arbeit. Als ein besonderes und für den regionalen Tourismus nicht aufgeführtes Ziel, kann sie auch für intraregionale Gäste die Kenntnis und Erlebbarkeit der eigenen Region erreichen und die regionale Verbundenheit fördern. Zitat Ende. Doch wird dieser Entwicklungsweg kein leichter sein. Etwas skeptisch sieht sie die Erschließung der endogenen Potenziale im Partnernetzwerk und sie gibt zu bedenken, dass die nahen gelegenen Konkurrenten an Rhein und Ahrtal und auch in der Eifel nicht schlafen. Die gute Nachricht, Frau Findeneck, übermorgen unterschreibt der Obsthof Otto Schmitz-Hübsch eine zertifizierte Partnerschaft. Ich weiß nicht, ob das auf Ihre Anregung mit passiert oder dadurch, dass Sie schwer in dem Topf gerührt haben, aber wenn, schreiben Sie sich diesen Erfolg mit auf die Fahne. In der Gesamtschau abschließend gesagt hat Frau Findeneck eine hervorragende Facharbeit vorgelegt, die sich von den eingereichten Arbeiten hervorhebt und deshalb verdient den ersten Platz einnimmt. Die Arbeitsweise, die Methodik können universitäres Niveau erreichen, Systematik, Analytik, Empirie, Terminologie, das Maß an Eigenständigkeit sind im obersten Bereich angesiedelt und deswegen haben Sie den ersten Platz verdient. Herzlichen Dank. Applaus Und ein Gutschein. Ja, Pläne, die man sich am Anfang macht und Minutenzettel, die in einem toten Winkel anscheinend sind. Ein paar von Ihnen haben mich vielleicht durch den Raum wandern sehen. Nur für die Statistik, wir sind bei 19 Minuten am Ende gelandet. Wenn wir gleich ein bisschen drauf aufpassen, damit auch die anderen Fächer natürlich hier in ihren Laudationes nicht eingeschränkt sind, das wäre super. Ansonsten wandere ich da hinten noch ein bisschen rum. Ich gehe mal auf die Seite vielleicht, das ist auch ganz schön. Ich darf übergeben an Dr. Thoralf Resch, Fachgutachter für die Mathematik. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Mathematik, natürlich holen wir das rein, das ist gar kein Thema. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Schon in minus eins Minuten sind wir wieder bei null. Das ist in Ordnung. Ich habe keine große Zeit, Sie haben es schon gehört. Deswegen bringe ich jetzt keine weiteren Axiome, wie wir die Arbeiten begutachtet haben. Alles ist nämlich gesagt worden, originell durfte es sein, originell war es und genau darauf haben wir geachtet. Deswegen bitte ich jetzt nach vorne unsere drei Preisträgerinnen und Preisträger. Auf Platz drei in der Mathematik, Leonie Krupp, bitte schön. Kommen wir sie nach vorne. Kein Applaus. Auf Platz zwei, Annika Thiele, kommen bitte auch gleich nach vorne. Und auf Platz drei, Dominik Matzgei, sowie bitte schön ein Vertreter vom Ernst-Moritz-Arnd-Gymnasium. Bitte ich nach vorne. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich habe mit den Schülerinnen und Schülern vereinbart, dass ich Sie duzen darf. Das spart wieder die Nachnamen. Ich werde also von Vornamen reden. Ich hoffe, das ist auch in Ihrem Sinne. Leonie, sie hat den dritten Preis bekommen und zwar mit einem Thema, ich zitiere, leider ein langer Titel, aber die Zeit nehmen wir uns. Markhofketten und ihre Anwendungsbereiche, insbesondere am Beispiel der Bauernregel zum Siebenschläfertag. Das ist ein Titel, den man sich schon richtig gut vorstellen kann. Lassen Sie mich ganz kurz ein wenig im Inhalt rühren. Leonie hat dabei mehrstufige dynamische Prozesse modelliert. Das ist ein Teilgebiet der Stochastik. Ich habe sie vorher gefragt. Sie hat sich das selbst alles angelesen. Das habe ich erwartet, denn es ist in der Tat weit über dem Schulstoff hinaus. Wir sind bei Platz drei wohlgemerkt und da schon auf diesem Niveau. Diese mehrstufigen dynamischen Prozesse sind etwas, was man braucht, so wie wir es als Nutzer auch nutzen, um zukünftige Ereignisse von Geschehnissen möglichst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, beispielsweise die Wettervorhersage. Da kommen wir auch schon zur Bauernregel des Siebenschläfertags. Ich erinnere nochmal, natürlich wissen Sie das alles, es ist so, dass der Stichtag der 27. Juni ist und man sagt, dass das Wetter, was am 27. Juni halt ungefähr vorhanden ist, wird dann auch die nächsten sieben Wochen zu finden sein. Frau Krupp, Leonie, hat an der Stelle ihre Berechnung gestartet anhand der Daten und Elemente, die sie gefunden hat, eine ganze Menge. Ich war sehr stolz darauf und sie hat festgestellt, dass in knapp natürlich 42 Prozent ganz gut die Realität getroffen wurde, allerdings auch mit knapp einem Drittel es völlig daneben war. Was Sie jetzt daraus schließen für die Bauernregel und die Echtheit, da müssen Sie dann jetzt die Leonie gleich nochmal fragen. Was Leonie gemacht hat, ist sich wissenschaftlich genähert und sie hat insbesondere natürlich auch eine wissenschaftliche Ursache für dieses Ereignis gesucht und was sie gefunden hat, ist im Wesentlichen der Jetstream, der dafür wichtig ist und der ist zu dieser Zeit eben relativ konstant, sodass da einfach nicht viel passiert. Man muss dazu sagen und das hat Leonie wunderbar gefunden, die Fehlertoleranz muss dann auch drin sein. Vor knapp 500 Jahren, 450 etwa, wurde natürlich der Kalender geändert. Seitdem ist der damals 27. Juni eigentlich der 7. Juni, äh Juli, Entschuldigung. Aber vielleicht ist der Klimawandel noch viel schlimmer, um diese Veränderung wahrzunehmen. Ich schließe mit einem Zitat von Leonie. Ich persönlich finde es sehr erstaunlich, wie sich die Realität in der Mathematik darstellen lässt. In vielen Bereichen nutzen wir die Stochastik, ohne es mitzubekommen. Recht hat sie. Dafür sind wir in der Mathematik da. So bescheiden sind wir. Das freut uns natürlich. Und in diesem Sinne hast du es verdient. Diese sehr gute Facharbeit reiht sich mit einem absolut wahrscheinlichen und verdienten dritten Preis ein. Kommen wir zum zweiten Preis in der Mathematik. Bin ich noch gut in der Zeit? Ja, danke. Gerechtes Teilen und ich denke, ich kriege jetzt eine extra Minute direkt von Frau Hensler, das freut mich. Gerechtes Teilen, ich darf natürlich jetzt ein wenig ausholen, die Annika Thiele vom Friedrich-Ebert-Gymnasium in Bonn. Apropos Leonie, habe ich gesagt, woher du kommst? Erzbischöfliches St. Adelheit-Gymnasium Bonn. Ich starte nochmal. Annika Thiele vom Friedrich-Ebert-Gymnasium Bonn. Hat gerechtes Teilen. Allein mit dem Titel hat man schon fast gewonnen, weil es so unglaublich anwendungsorientiert ist. Und es geht auch so weiter. Ich zitiere einfach mal aus deiner Arbeit. Einer schneidet, der andere sucht aus. Dieses Protokoll für neidfreies Teilen von Kuchen bis zwei Personen ist weit bekannt und wird oftmals beim Teilen angewendet. Dass sich dahinter allerdings eine umfassende mathematische Theorie, welche in den letzten Jahren durch die aktuelle Forschung nochmals vorangetrieben worden ist, nicht nur durch Kuchen essen, ist vielen Menschen gar nicht so bewusst. Also die Mathematik ist unglaublich nah an dem Sonntagnachmittag und in diesem Sinne können Sie da auch wirklich bitte dran denken. Wenn man sich mit Mathematik und Kuchen essen im gerechten Teilensinne befasst, dann muss man erstmal definieren, worum es dabei geht. Und in der Tat, das tut Annika. Was tut sie? Was sagt sie? Wie definiert sie es? Sie stellt fest, dass es zwei Arten gibt. Nämlich das gerechte, proportionale Teilen und das neidfreie, gerechte Teilen. Ist Ihnen wahrscheinlich klar, lassen Sie mich trotzdem nochmal wiederholen, was die Definition ist. Das proportionale, gerechte Teilen ist das, was wir alle, ich insbesondere, wahrscheinlich dann auch wirklich mit unserem Kuchen machen. Nämlich wir wollen, so würden Sie wahrscheinlich nicht rangehen, wir wollen ungefähr das gleiche Volumen an Kuchen pro Teller sehen. Nun, Annika geht einen Schritt weiter und sagt, jeder soll ungefähr den gleichen Wert bekommen. Das Stück, das Wert des Stückes für die Person soll also nicht weniger sein als der anteilmäßige Wert des Gesamtkuchen. Ja, wenn man es mathematisch ausdrückt, dann ist es nicht mehr so lecker, aber es ist trotzdem genau das, was man erwartet. Das ist die proportionale Gerechtigkeit. Die neidfreie ist mehr. Ja, also insbesondere geht die darüber hinaus und ist damit auch schwieriger. Ich zitiere einfach mal mit einem Beispiel, was du gegeben hast, da wird es uns allen klar. Ich zitiere, ein Kuchen mit drei Kirschen und einem Boden soll proportional unter drei Personen, Alice, Bob und Charlie, aufgeteilt werden. Ich denke, wir haben sofort ein Bild vor Augen und wir wissen auch, wie wir teilen würden. Annika nicht. Annika teilt wie folgt und sagt, Alice bekommt ein Drittel des Bodens und eine Kirsche. Dann sind wir einverstanden. Bob, der mag keine Kirschen. Der kriegt einfach nur einen Drittel des Bodens. Es würde für ihn, jetzt bitte aufpassen, auch keinen Unterschied machen, ob er noch eine Kirsche bekommt oder nicht, denn er hat ja keinen Wert in der Kirsche. Das heißt, Bob ist also auch zufrieden ohne Kirsche. Und Charlie freut sich umso mehr, weil er kann zwei Kirschen und ein Drittel des, mehr Drittel gibt es ja nicht, des Kuchens bekommen, sodass insgesamt alles in Ordnung ist. Es ist insbesondere nach dem Wert hin proportional aufgeteilt, weil man mindestens den Wert bekommen hat, den man auch bekommt. Allerdings ist es nicht neidfrei, weil natürlich Alice durchaus neidisch auf Charlie sein kann, denn er hat nun mal zwei Kirschen bekommen und Alice nur eine. Gut, in diesem Sinne, denken Sie dran, wenn Sie das nächste Mal an Ihrem Kuchen schneiden. Annika ist Expertin, laden Sie sie gerne ein. Ich zitiere nochmal aus meinem letzten Satz. Diese Arbeit macht Lust am Lesen des Textes, ist wunderbar mathematisch aufgearbeitet und macht Appetit auf Kuchen. Sie wird insgesamt mit einem sehr gerechten zweiten Preis ausgezeichnet. Dominik. Dominik. Dominik Matzgei vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium hat eine Arbeit mit dem folgenden Titel Einführung in Perfektoide Körper geschrieben. Perfektoide Körper, da war doch was. Und ich bekomme bestimmt noch eine Minute, Frau Henssler, das freut mich. Richtig, da war doch was. Sommer 2018, Brasilien, unser Peter Scholze war natürlich da, hat die Fields-Medaille bekommen. Ich habe alles schon gehört, ich muss es gar nicht wiederholen, ich mache es trotzdem. Das ist der Nobelpreis der Mathematik und wir haben alle gefeiert, wir waren im Wesentlichen doch alle dabei und Dominik sogar im Kopf und hat mitgedacht und hat darüber eine Arbeit verfasst und hat in der Tat geschaut, wie man einfach mal für Nicht-Experten dieses Faches, vielleicht gibt es 15 davon, diese Theorie mal erklären kann und anwenden kann oder die Anwendung erzählen. Nun, ich zitiere einfach mal den Dominik, was ich sehr sympathisch fand. An einigen Stellen werden bestimmte Themen angeschnitten, beziehungsweise Formeln verwendet, jedoch nicht weiter erläutert. Dies ist allerdings aufgrund des vorgeschriebenen Umfangs der Facharbeit unumgänglich, da ein gewisses Grundverständnis verschiedener mathematischer Strukturen für das Verständnis perfektoider Körper zwangsweise notwendig ist. Das ist so sympathisch und down to birth, dass ich wirklich Spaß hatte, das weiterzulesen. Die Leistung von Dominik wird dabei umso tragweiter, wenn man bedenkt, dass er, und das klingt lustig, ist aber nicht so gemeint, dass er die Begriffe, die Peter Scholze in seiner Theorie eingearbeitet hat, entwickelt hat, gefunden hat, einfach mal in der richtigen Reihenfolge, in einem korrekten Kontext aufgeschrieben hat. Das ist nicht einfach, weil es versteht kaum einer. Und so sagt er weiter, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wir können alle mitdenken, aber wir haben leider nicht die Zeit dafür. Sei K die Vervollständigung von QP adjongiert P hoch 1 durch P hoch unendlich, dann ist K ein perfektoider Körper und sein Tilt KB ist die Vervollständigung von FP von T adjongiert P hoch 1 durch P hoch unendlich. Ist klar, oder? Aber keine Zeit, wir müssen weiter. Hat man nun also einen perfektoiden Körper K und seinen Tilt KB konstruiert, so kann man anschließend weiterführende Aussagen über die Galua-Gruppen dieser perfektoiden Körper tätigen und Isomorphie feststellen. Ich stoppe mal hier, wer hätte das schöner formulieren können? Naja, Peter Scholze vielleicht, das hat er auch. Ich habe ihm natürlich sofort diese Arbeit vorgelegt. Ich hoffe, das schockiert dich jetzt nicht. Ich habe das Schild gesehen, neun Minuten. Er schrieb mir daraufhin sofort tolle Arbeit und er sagte in der Tat, der Autor muss was verstanden haben, anders geht es gar nicht. Und das ist wohl das größte Lob, was du an der Stelle bekommen kannst. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte vorher sagen können, bitte immer klatschen, aber ganz kurz darf es umso heftiger. Ich möchte mit einem letzten Satz aus meinem Gutachten schließen. Die Arbeit wird verdient mit einem perfektoiden ersten Preis belohnt. Herzlichen Glückwunsch. 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 Herzlichen Dank, 12 Minuten, ich habe die beiden extra Minuten drauf gerechnet, netto 10, das heißt voll im Sollen und man soll sich ja immer an der eigenen Nase messen und ich darf heute den Prof. Dr. Glaum vertreten, der hier der Fachgutachter für die Chemie ist. Ehrlicherweise als Medienwissenschaftler ist mein erster Zugang zur Chemie die Serie Breaking Bad gewesen. Dementsprechend verlasse ich mich hier auf den Text, auf die Laudatio von Herrn Prof. Glaum und verlese die, wenn das in Ordnung ist. Ich hole die Stoppuhr raus, zur Not bremsen Sie mich. Ich versuche es so gut wie möglich vorzulesen und rüberzubringen, was Herr Prof. Dr. Glaum hier an Ihren Arbeiten ausgezeichnet fand. In diesem Jahr haben sich sieben Schülerinnen und sechs Schüler um die drei Preise im Fach Chemie beworben. Thematisch erstrecken sich die Arbeiten von umweltchemischen oder umweltpolitischen Fragestellungen, wie etwa das wachsende Problem von Plastikmüll in den Weltmeeren, Perseizgefahren und Nutzen im Waschmittel oder wie nachhaltig ist Bioethanol. Über klassische Untersuchungen zur anorganischen Chemie in wässriger Lösungen bis hin zur Untersuchung von Fragestellungen im Bereich der organischen, forensischen, klinischen und physikalischen Chemie. Etwa die Funktionsweise des Kontaktlinsenreinigers Conquer Sept der Marke Hecht Kontaktlinsen GmbH Grundtechniken, der Forensikspuren auf chemische Weise sichtbar machen oder Chemiefarben der Natur. Neben den meistens mit einem einleitenden Theorie-Teil versehenen, ansonsten aber eher experimentell geprägten Arbeiten, stehen auch einige rein theoretische Facharbeiten. Alle Facharbeiten sind im Vergleich zum üblichen Schulniveau weit überdurchschnittlich. In Bezug auf die inhaltlich-wissenschaftliche Durchdringung der Themen, wie auch durch die Intensität und das Engagement, mit der im Rahmen der Schul- oder Heimlabore experimentiert wurde. Herr Glauben ist sich sicher, dass selbst die Schülerinnen und Schüler, deren Facharbeiten nicht ausgezeichnet werden, von der Auseinandersetzung mit ihren Forschungsprojekten und dem Zusammenfassen der erzielten Ergebnisse weit über die Schulzeit hinaus profitieren werden. Er gibt einen kleinen Trost mit, den ich genau so mal zitieren will. Zum Trost kann ich all denen mitgeben, die heute keinen Preis bekommen, dass meine eigenen Anstrengungen in einem Jugendforschprojekt vor vielen Jahren auch nicht von irgendeinem vorzeigbaren Erfolg gekrönt waren. Trotzdem hat die Chemie nie ihren Reiz für mich verloren. Trotz des insgesamt sehr ordentlichen Niveaus der Facharbeiten in Chemie ist es, Herr Glauben, nicht schwergefallen, drei besonders bemerkenswerte zu identifizieren. Diese unterscheiden sich von anderen Arbeiten durch ein außergewöhnliches wissenschaftliches Niveau, sehr selbstständiges, aufwendiges Experimentieren und sprachlich perfekte Abfassung. Der dritte Preis geht an Friedrich Vermeulen vom Klara-Schumann-Gymnasium in Bonn. Hier vorne, kommen Sie gerne nach vorne. Herzlichen Glückwunsch, Jürgen. Ich werde versuchen, so gut wie möglich die Inhalte wiederzugeben. Springen Sie rein, wenn Sie sich missverstanden fühlen. Herr Vermeulen gibt in seiner Arbeit mit dem Thema die organische Photovoltaik-Zelle zunächst eine sehr gut gelungene, wissenschaftlich korrekte Beschreibung der Funktionsweise von Solarzellen. Dabei differenziert er nach klassischen Siedzellen und organischen Photovoltaik-Zellen. Ausgehend von der Beschreibung der elektronischen Struktur von konjugierten Pi-Elektronensystemen erläutert er dann den Aufbau von organischen Photovoltaik-Zellen mit den verschiedenen Komponenten und insbesondere den verschiedenen lichtabsorbierenden Materialien. So weit? So richtig? Jawohl. Eindrucksvoll ersetzt Herr Vermeulen eines der Aktivmaterialien, das so nicht verfügbar war, durch eine sinnvoll gewählte Alternative. Die verschiedenen lichtabsorbierenden Stoffe hat Herr Vermeulen dann in einer selbstgebauten Klammer Ausrufezeichen, Klammer zu, Vakuumbeschichtungsapparatur auf Glasplatten aufgetragen und so eine funktionsfähige Photovoltaik-Zelle erhalten. Das belegt er dann auch eindrucksvoll durch Messung eines Stroms bei Bestrahlung der Zelle. Neben dem experimentellen Einfallsreichtum und Geschick haben Herr Glaum die kritische Auseinandersetzung mit den erzielten Ergebnissen und die daraus abgeleiteten Verbesserungsvorschläge für Folgeprojekte beeindruckt. Ich glaube, das verdient einen Applaus. Der zweite Preis geht ebenfalls an das Klara-Schumann-Gymnasium in Bonn bei beiden Plätzen, der betreuende Lehrer Herr Meermagen, nämlich an Finn Hille. Jawohl, nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Für die Facharbeit, die wir auch vorhin schon in der Einleitung gehört haben, personalisierte Medizin durch Pharmakogenomik, eine Revolution in der Arzneimittelversorgung, das Beispiel Tamoxifen. Ich dachte, es wäre ein Applaus bei Tamoxifen. Finn Hille setzt sich in seiner Facharbeit mit einem Entwicklungsstrang in der modernen Medizin auseinander, nämlich der individualisierten Behandlung von Patienten unter Berücksichtigung von deren genetischer Ausstattung. Dabei ist es ihm gelungen, ein hochkomplexes Thema in all seinen Facetten zu durchdringen und kompakt und sehr gut lesbar aufzubereiten. Wie er es geschafft hat, riesige Mengen an sehr unterschiedlichen Informationen und Überlegungen zu medizinischen, pharmakologischen, genetischen, biochemischen, organisch-chemischen und schließlich auch noch ethischen und politischen Fragestellungen im Zeitrahmen einer Facharbeit zu verarbeiten, ist schon alleine bewundernswert. Wie er bei der Zusammenfassung, die dem Thema angemessene inhaltliche Korrektheit und den wissenschaftlichen Tiefgang erhält, ohne sich in Details zu verlieren, ist erst recht äußerst eindrucksvoll. Der Spagat notwendiger Kürze und wissenschaftlicher Korrektheit ist Finn Hille gelungen, durch ein gut ausbalanciertes Gleichgewicht von Grundlagen zum Thema und deren sehr konkreter Erläuterung. Die Arbeit könnte problemlos als Bachelorarbeit im Bereich Biochemie, Pharmazie oder medizinische Chemie eingereicht werden. Sie ist sprachlich, formal, absolut fehlerfrei. Und auch hier eine persönliche Note von Herrn Glaum. Ich habe diese Arbeit zu einem Thema, das mir bislang nicht vertraut war, mit großer Neugier und viel Gewinn gelesen. Auch dafür vielleicht nochmal einen Applaus. Und zuletzt der erste Preis, Phänomen Farbigkeit von Harun Güven. Herzlichen Glückwunsch, komm gerne nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Vom Siegtal-Gymnasium Eitdorf, der betreuende Lehrer ist hier Herr Ebertz. Sind Sie da? Vielleicht noch ein Vertreter der Schule? Ja, kommen Sie gerne nach vorne. Die Facharbeit von Harun Güven hat Herrn Glaum sehr beeindruckt. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Die konsequente Verfolgung einer wissenschaftlichen Fragestellung von den Grundlagen über das Aufstellen von Hypothesen bis hin zur Durchführung der Experimente, die quantitative Auswertung und schließlich der kritische Vergleich mit den Hypothesen war vorbildlich. Am Beispiel von Beta-Carotin geht Herr Güven der Frage nach der Farbigkeit solcher Verbindungen nach. Dazu beginnt er mit einfachen Überlegungen zum Atombau und den daraus folgenden Erkenntnissen zur elektronischen Struktur von Atomen. Daraus erarbeitet er sich dann das theoretische Rüstzeug zur Beschreibung der chemischen Bindung in Molekülen und von deren elektronischer Struktur. Das alles fasst Herr Güven dann zur Berechnung eines Erwartungswertes für die von Beta-Carotin am besten absorbierte Lichtwellenlänge zusammen. An dieser umfangreichen, fehlerfreien theoretischen Betrachtung schließt Herr Güven seine Experimente zur spektroskopischen Charakterisierung von Beta-Carotin sowie dessen chemische Veränderung an. Über die, hier ein kleiner, auch eine kleine persönliche Note, über die Beschreibung der Bromierung von Carotin, die er an ein paar Stellen Ungenauigkeiten hatte, kann man aber hinwegsehen, weil sie verblasst, aufgrund der eindrucksvollen Facharbeit. Und äußerst anspruchsvoller Theorie teil, dessen Anwendung auf experimentelle Beobachtung, Herr Glauben, kommt zu dem Schluss, dass Herr Güven hier mit seiner Arbeit das Niveau von sehr guten Bachelorarbeiten erreicht. Dafür vielleicht auch nochmal einen Applaus. Jetzt kommen wir zur Preisverleihung. Für alle, die es interessiert, nach neun Minuten und neun Sekunden. Applaus Das ist so. Applaus Passt sehr gut. Ich habe gerade noch die Info bekommen. Der Vertreter jetzt hier der gerade erstplatzierten Schule, Physiklehrer und mit dem kleinen Verweis auf die Verbindung der Fächer dann hier vielleicht auch ganz schön. Und eine Überleitung zu Ihnen, Dr. Bernhard Metsch, Fachgutachter aus dem Bereich Physik. Applaus Guten Abend, meine Damen und Herren. Also, ich grüße Sie auch ganz herzlich hier. Ich habe mit den Vorrednern gemeinsam, dass ich auch die Gutachten, aus denen ich gleich etwas zitieren werde, auch selber nicht erstellt habe. In der Physik begutachten wir die verschiedenen Facharbeiten immer mit einer Gruppe von vier Kollegen und das sind Dr. Ulrich Blum hier anwesend, dann weiterhin Dr. Tobias Jung und Dr. Frank Fewinger, die beide leider heute Abend hier nicht anwesend sein konnten. Über die Kriterien, die wir anwenden, wurden schon einige Worten verloren. Also, ich kann mich da nur anschließen. Ich bin selber theoretischer Physiker. Trotzdem ist es so, dass bei uns, bei den Facharbeiten in Physik, also die experimentelle Komponente eine große Rolle spielt. Und wir es immer gerne sehen, wenn die Preisträger, Preisträgerinnen oder die Leute, die an sich die Arbeiten einreichen, in der Tat auch selber experimentieren, selber einen Versuch durchführen und das dann auch auswerten. Ich möchte dann nach vorne bitten, Frau Thea Borstel von der Christophore-Schule in Königswinter, die in der Tat eine Facharbeit zu Wulstöne, das wurde schon gesagt, auch so gemacht hat. Eigentlich hätte ich an dieser Stelle gewünscht, gehofft, dass der Band an sich ein Bassist mit einem akustischen Bass mitbringen würde. Dann hätte ich Ihnen auch zeigen können, was das mit den Wolfstönen auf sich hat. Jetzt müssen Sie sich damit begnügen, das tatsächlich die Frau Borstel dann zu fragen. Also sie kann darauf eine schöne Antwort geben. Sie hat sich tatsächlich in ihrer Facharbeit als Kontrabassistin mit der Entstehung und Unterdrückung von sogenannten Wolfstönen befasst, versucht, die physikalisch zu verstehen. Die Arbeit enthält dazu zunächst einmal allgemeine Grundlagen der Akustik, Schallerzeugung am Kontrabass und sie erklärt dann, was Wolfstöne sind. Ich werde darauf verzichten, also Sie müssen Sie schon fragen. Es gibt aber Maßnahmen, wo man diese hässlichen Tönen, also beim Kontrabass oder auch beim Cello an sich unterdrücken kann. Das nennt man dann Wolfstöter. Und zwei dieser Sorte hat sie dann vorgestellt in ihrer Arbeit und das Funktionsprinzip erläutert. Mittels einer selbstentwickelten Versuchsausbau hat sie versucht, die Wolfstöne sichtbar zu machen. Sichtbar machen von Tönen bedeutet an sich, dass man das Fourier-Spektrum, also diese Töne aufnimmt und dann zeigt, dass bestimmte Töne, also dass sie sich nicht für eine genaue Resonanz entscheiden können, aber hin und her weg wackeln zwischen verschiedenen Resonanzen. Das sind genau die Wolfstöne, die man dann unterdrücken möchte. Sie hat dann mit dem gleichen Versuchsaufbau dann auch mit den Wolfstötern gezeigt, dass man die tatsächlich dann auch unterdrücken kann. Aufgrund von diesem innovativen und interdisziplinären Thema, das typischerweise nicht Schulstoff ist, hat sie selbstständig die Messungen geplant und durchgeführt. Und die Arbeit fanden wir dann so überzeugend, dass wir sie mit dem dritten Platz, also im Fachbereich Physik, tatsächlich gewöhnt haben. Der zweite Preis in Physik geht an Daniel Kloppenburg vom Rhein-Sieg-Gymnasium in Sankt-Augustin. Herr Kloppenburg kenne ich schon, weil den, also den habe ich schon mal gesehen, er war nämlich Teilnehmer auf der Bonner Schülerakademie in Physik. Also jährlich bietet die Fachgruppe Physik, Astronomie an der Universität Bonn, zusammen mit den an der Universität Bonn angesiedelten ZDI Schülerabor Physikwerkstatt Rheinland, einmal im Jahr also Abiturienten oder auch andere aus der Oberstufe, die Möglichkeit an einen Intensivkurs in Physik, einen wöchentlichen Kurs teilzunehmen, dort zu experimentieren, dort Vorlesungen zu hören. Das ist leider auch meine Vorlesung zur Theoretische Physik, das haben Sie dann auch erleiden müssen. Auch Astronomie ist ein Thema und offensichtlich hat Ihnen das so fasziniert, dass die Radioastronomie, die in Bonn mit einem Max-Planck-Institut für Radioastronomie tatsächlich gewöhnt wird, Sie können Gift darauf einnehmen, dass die Radioastronomie in Bonn also erste Klasse ist. Ansonsten gäbe es kein MPI-Institut. Das hat Ihnen dann so fasziniert, dass Sie an den Astropeiler Stockert, den Sie damals auch besucht haben, also mit dem Radioteleskop, das ist ein 25-Meter-Spiegel-Radioteleskop, weitere Aufnahmen gemacht haben und die Spektren der sogenannten H1-Linien in unsere eigene Galaktis dann aufgenommen haben. Und aus diesen Spektren, die Sie dann aufgenommen haben, kann man dann mit Doppelverschiebung, kann man an sich ein Rotationsprofil, also dort eigentlich über die Rotationsgeschwindigkeit der Galaxis, kann man dann etwas herausfinden, das haben Sie dann herausgerechnet. Und mit Hilfe der Keplerischen Gesetzen kann man darauf dann Rückschlüsse schließen, auf wie viel Masse in unserer Galaxis eigentlich sein müsste. Das ist ein aktuelles Thema, also tatsächlich solche Rotationsspektren zeigen uns, dass eigentlich viel mehr Masse in unserer Galaxis vorhanden sein muss, als dass wir im sichtbaren oder auch in anderen Bereichen wirklich wahrnehmen können. Das haben Sie auch alles gemacht, dazu eine Auswertung gemacht. Und jetzt zitiere ich aus dem Gutachten, die Facharbeit trägt Züge einer wissenschaftlichen Arbeit, also das ist schon mal gut, Züge einer wissenschaftlichen Arbeit, Die Erklärungen und Rechnungen sind kurz und verständlich, während die experimentellen Auswertungen im Rahmen schülischer Möglichkeiten sehr ordentlich durchgeführt wurden. Eine ausführliche, jetzt kommt ein Kritikpunkt, also eine ausführliche Berücksichtigung von Messgenauigkeiten oder auch Messungenauigkeiten, je nachdem, wäre wünschenswert und würde die experimentellen Ergebnisse sicher noch aufwerten. Alles in allem handelt es sich aber um eine gelungen Arbeit, die mit dem zweiten Platz im Fachphysik, also in der Hans-Riegel-Fachpreise, tatsächlich gewürdigt wird. Herr Kloppenbosch, bitte schön. Es ist erstaunlicherweise nicht das erste Mal, dass ich eine Dame mit dem Nachname Hoferrat nach vorne bitten muss, um hier tatsächlich den ersten Preis, also diesmal den ersten Preis, in Fachphysik entgegenzunehmen. Diesmal ist das Sarah-Hofrat vom Erzbischöpflichen Klara-Frei-Gymnasium hier in Bonn. Kommen Sie nach vorne? Hallo. Und eine Vertreter oder Vertreterin des gleichen Gymnasiums, Klara-Frei-Gymnasium, möchte ich auch gerne nach vorne bitten. Bitteschön. Guten Tag. Frau Hoferrat hat mit dem selbstgebauten Gitterspektrometer die Spektren von verschiedenen Leuchtmitteln bestimmt und sie hat auf sehr schöne Art diskutiert und erklärt, also wie man einen Unterschied zwischen systematischen und statistischen Effekten in ihrer Messung, die sie dann durchgeführt hat, tatsächlich auch machen kann. Da für ein Leuchtmittel nicht nur das Farbspektrum, sondern auch die Effizienz relevant ist, wird dies in einem eigenen Versuchsausbau auch noch ermittelt. Auch hier wertet sie auf vorbildliche Weise ihre Messergebnisse aus und kann in der Tat zeigen, dass LED-Leuchtmittel deutlich effizienter sind als die klassische Glühbirnen. Zitiere noch weiter aus den Gutachten. Die Facharbeit von Frau Hoferrat entspricht den Anforderungen einer wissenschaftlichen Arbeit. Merken Sie den Unterschied zwischen der Würdigung vorher, also zweiten, ersten Platz. Die Erklärungen sind kompakt und gut verständlich und es wird die relativante Literatur in einem Umfang zitiert, wie es für eine Facharbeit also tatsächlich angemessen ist. Am überzeugendsten an der Arbeit ist das hohe Niveau der Auswertung, insbesondere die selbstkritische Wertung der erhaltenen Ergebnisse und die sehr gute Diskussion der Fehlerquellen. Herr Kloppenburg, das war gerade, was wir bei Ihnen ein bisschen bemängelt haben. Dieser positive Gesamteindruck führt zur Ausstechnung mit dem ersten Platz der Dr. Hans-Riegel-Fachpreise in Physik an der Rheinische Friedrich-Gewelhelms-Universität Bonn. Herzlichen Dank für die Erklärung. Ich bin der Einzige, der den Tag eingehalten hat, und der weiß noch, wie lange hoch war. Zeit eingehalten. Wir machen weiter, und zwar mit Herrn Dr. Frank und der Informatik. Vielen Dank, vielen Dank, auch nochmal herzlich begrüßt von mir, für alle Preisträger und alle anderen Gäste, die auch da sind. Redundanz, wir wollen jetzt mal versuchen, Redundanz zu reduzieren, wobei Redundanz in der Informatik eigentlich eine ganz wichtige Sache ist, die auch sehr hilfreich ist bei der einen oder anderen Sache, aber wir lassen das jetzt mal. Ich möchte aber eine Sache nochmal sagen, als letzter Redner. Der Grund, wir in der Informatik sind zum sechsten Mal hier in Bonn bei der Fachpreisverleihung für die Hans-Riegel-Fachpreise dabei und deswegen auch die jüngsten, zumindest in Bonn, und die letzten Redner. Es ist immer so, die Vorreden inspirieren mich immer in irgendeiner einen oder anderen Richtung, und das wird mir jetzt schwerfallen, meine 13 Minuten lang vorbereitete Rede entsprechend einzuhalten, aber ich werde mich mal sehr bemühen. In der Informatik sind Protokolle auch sehr, sehr wichtig. Protokolle sind fest definierte Spielregeln, und eins der Protokolle für uns sagte, dass wir sofort alle drei Preisträger benennen, auf die Bühne bitten, mit allen Daten. Das möchte ich jetzt genau einhalten, dieses Protokoll, und bitte jetzt als Ersten den dritten Preisträger, den Herrn Noah Bann, auf die Bühne, und er hat eine Facharbeit zum Thema Programmierung eines Roboters zur Detektion einer Person in unmittelbarer Umgebung eingereicht. Er ist Schüler des Ernst-Moritz-Arnd-Gymnasiums, und der betreuende Lehrer ist der Herr Pfannenbohnen. Der zweite Platz geht an Herrn Benedikt Schöwens, Thema Möglichkeiten und Grenzen von neuronalen Netzen und Untertitel Wann sind neuronale Netze herkömmlichen Algorithmen vorzuziehen. Benedikt ist von der integrierten Gesamtschule Bonn-Beuil, und der betreuende Lehrer ist Herr Gischler. Für den ersten Platz haben wir heute eine kleine Ausnahme. Ich würde eigentlich gerne die Schülerin Frau Aileen Reuter auf die Bühne bitten, die aber durch ihre betreuende Lehrerin Frau Sabine Mutschke vertreten wird. Die möchte ich gerne nach vorne bitten. Das Thema der Arbeit... Entschuldigung, das Protokoll hat Klatschen an dem Moment nicht vorgesehen. Das ist aber natürlich willkommen, Herr Selbstverständlich. Das Thema der Arbeit von Aileen ist Malware, Auswirkungen sowie Bekämpfungen am Beispiel von Viren und einer Virensimulation mit einem Java-Programm. Aileen ist vom Alexander von Humboldt-Gymnasium Bornheim. Die Frau Mutschke als betreuende Lehrerin steht hier. Und meine Frage ist noch, die erstplatzierte Schule, Sie nehmen auch die Vertretung dafür wahr. Sie dürften noch eine weitere Person hier hinschicken, aber gut. So, dann beginnt jetzt quasi meine 13-minütige Rede. Am besten auf meinem Platz, da sehe ich das Schild. Ich habe es richtig verstanden. Neun Minuten heißt, das sind noch neun Minuten. Neun Minuten bedeutet die goldene letzte Minute. Ah, okay. Ich denke mal, die Getränke stehen noch kühl und wir schaffen das auch noch. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr bei der Präsentation der Gutachten habe ich eine streng monoton steigende Folge von Zahlen genannt, Nämlich zwei, fünf, acht, neun, fünfzehn. Und zwar waren das die Anzahl der eingereichten Facharbeiten der letzten fünf Jahre. Die Zahl der Arbeiten, die dieses Jahr in der Informatik eingereicht wurden, haben wir schon gehört. Redundanz. Soll ich es so noch mal sagen? Weiß jemand die noch? 13. Na nun, da stimmt doch jetzt was mit der streng monotonen Folge nicht mehr. Leider zwei weniger als letztes Jahr. Wir werden also nicht mehr. Aber wir Gutachter sind sehr, sehr zufrieden gewesen mit diesen 13 Facharbeiten. Und drei Preisträger beziehungsweise Vertreterinnen stehen ja auch vor uns. Wir sind sehr zufrieden gewesen mit diesen 13 Arbeiten. Auch mit dieser Anzahl sind wir sehr zufrieden. Und waren auch mit der Vielfalt der eingereichten Themen sehr zufrieden. Und das möchte ich wieder mal durch 13 quasi Stichworte darstellen. Und zwar Roboter-Personendetektion. Parkettierung einer Rechteckfläche. Thoralf, das ist schon eigentlich Mathematik. Ich denke mal auch, viele von Ihnen wissen gar nicht, was das genau ist. Aber dafür haben wir leider keine Zeit. Neuronales Netz, Kommunikationsnetzanwendung, Unterrichtseinheit Raspberry Pi. Das ist, sage ich dazu, schon ein bisschen didaktisches Thema. In der Arbeit wurde Lernmaterial für die Schule vorbereitet. Dann Roboter in der Chirurgie. SQL-Anfragen und Excel-Datenbestände. Sie sehen, da sind unheimlich viele Themen der Informatik dabei, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und diese Vielfalt an Themen spiegelt auch schon fast ein bisschen wider, was man in so einem Informatikstudium all Themen auch bearbeiten kann. Wir werden auf drei der Stichworte ja gleich noch kommen. Und ich, ja, nach Protokoll kommen jetzt Auszüge aus den Gutachten. Da unsere Gutachten nicht so super lang sind, sind die Auszüge auch nicht, naja, ich hoffe, unterhaltend genug oder würdigend genug. Denn wir wollen ja die Preisträger und Preisträgerinnenvertretung würdigen. Den dritten Preis, der geht an Noah Bann. Wie gesagt, das waren die Stichworte Roboter- und Personendetektion. In seiner Informatikfacharbeit befasst sich Herr Noah Bann mit einer wichtigen Problemstellung im Kontext autonomer Agenten. Ein mobiler, autonomer Roboter soll Menschen in seiner näheren Umgebung erkennen und danach ansteuern. Er hat in der Facharbeit eine bestehende Roboterplattform verwenden können und damit arbeiten können. Die Facharbeit von Herrn Bann überzeugt durch einen detaillierten Lösungsplan. Die Methodik wird präzise in Teilaspekte unterteilt und beschrieben und resultiert insgesamt in einer erfolgreichen praktischen softwaretechnischen Umsetzung einer realen Problemstellung. Herr Bann hat seine Strategie und die Software sowohl in der integrierten Simulationsumgebung als auch auf der realen Plattform in einer realen Umgebung getestet, die Ergebnisse evaluiert und die Resultate in methodisch sinnvollen Tabellen zusammengefasst. Es wurde eine anspruchsvolle Aufgabenstellung erfolgreich praktisch umgesetzt, seine Lösung sehr gut dokumentiert und evaluiert. Und das hat uns Gutachter dazu aus den insgesamt 13 Arbeiten entschließen lassen, diese Arbeit auf den dritten Platz zu setzen. Herzlichen Glückwunsch! Der zweite Platz geht an Benedikt Schäuwens. Die Stichworte hier, Möglichkeiten und Grenzen von neuronalen Netzen, ein wichtiges Thema in der Informatik. Die Informatikfacharbeit von Herrn Benedikt Schäuwens beschäftigt sich kritisch mit einer sehr aktuellen Fragestellung aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Er stellt die Frage, ob der derzeit exzessive Einsatz von neuronalen Netzen wirklich gerechtfertigt bzw. sinnvoll ist und gibt eine mögliche Antwort dazu an. Das hat uns auch begeistert. Die kritische Auseinandersetzung mit neuen Technologien ist zugleich eine gesellschaftliche Aufgabe und eine Herausforderung an die Wissenschaft und ist als eher ungewöhnlich für eine Facharbeit einzustufen. Uns Gutachtern hat besonders bei dieser Arbeit gefallen, dass der Umfang und die Auswahl der angegebenen Literatur beeindruckend ist und diese geht zum Teil weit über das Niveau einer schulischen Arbeit hinaus. Also die Literatur wurde ja auch schon von den anderen Gutachtern als wichtiges Kriterium erwähnt. Man darf aber auch Kritik üben. Bitte nicht übel nehmen. Ja, Kritik, aber auch gleich Lob. Nämlich diese initiale Frage des Untertitels, wann sind neuronale Netze herkömmlichen Algorithmen vorzuziehen, die zu beantworten, wird nicht ganz vollständig erreicht. Es ist aber auch eine sehr, sehr schwere Frage. Der Vollständigkeit halber wollen wir im Prinzip auch darauf hinweisen, dass die Frage auch durch Experten nicht annähernd beantwortet ist und kontrovers diskutiert wird. Die vorliegenden Argumentationen der Facharbeit können aber hier durchaus mithalten. Wir können gerne nochmal darüber diskutieren, wobei ich nicht der Experte der neuronalen Netze bin. Ich habe aber welche dabei. So, wir machen weiter. Die Diskussion und das Fazit der Arbeit sind durch die Argumentationskette untermauert und können in einem wissenschaftlichen Disput an einer Universität als wohlbegründete Stellungnahme gemeinsam mit anderen wissenschaftlichen Einschätzungen bestehen. Die Arbeit lädt geradezu zu einer Diskussion auf hohem fachlichem Niveau ein. So etwas Ähnliches haben wir eben auch schon gehört. Das ist uns auch so gegangen. Und deswegen herzlichen Glückwunsch für den zweiten Platz. Ich muss Sie natürlich jetzt insbesondere bitten, unsere Worte an die Aileen Reuter mitzunehmen, wobei das ja aufgezeichnet wird und man sich das ja dann anschauen kann. Bei unserem ersten Platz haben wir die Stichworte Malware, Viren, Virensimulation vorhin schon gehört. Ein ganz wichtiges Thema. Noch neun Minuten. Vielen Dank für das Schild. Wenn es um die Gefährdung durch IT-Systeme im Kontext der Digitalisierung geht, sind KI-Systeme, Algorithmen, maschinellen Lernens und deren Anwendung, zum Beispiel bei autonomen Fahrzeugen oder intelligenten Stromzählern, derzeit in aller Munde. Die Arbeit von Frau Reuter macht jedoch darauf aufmerksam, dass es eine Vielzahl weiterer Gefahren gibt, die möglicherweise derzeit sogar noch akuter sind. Sie schreibt eine Arbeit über Malware, in der sie als Ergebnis einer umfangreichen Recherche die vielen unterschiedlichen Gefährdungen nicht nur aufzählt, sondern kategorienbestützt aufarbeitet. Uns hat begeistert eine ordentliche Begriffsklärung, geschichtlicher Hintergrund, Beschreibung der unterschiedlichen Arbeitsweisen von Viren, kürzlich stattgefundene Ereignisse und auch Schutzsoftware und deren Wirkungsmechanismen, die alle in dieser Facharbeit erwähnt wurden. Um den Inhalt ihrer Arbeit für alle greifbar zu machen, hat sie ein kleines, aber feines Programm erstellt, das es dem Nutzer ermöglicht, ein Verzeichnis auszuwählen, um den Zugriff darauf zu sperren. Dieses Programm erlaubt es, durch Zahlung eines virtuellen Geldbetrages dieses Verzeichnis wieder entsperren zu lassen. Also ein kleines, feines Programm, was einer der Gutachterkollegen auch ausprobiert hat. Er hat da die wichtigsten Dateien reingelegt in dieses Verzeichnis und hat dann nachher wohl nicht die richtigen virtuellen Beträge angegeben, weil er sie nicht mehr wiedergefunden hat. Aber der Programmcode dieses Programms ist so schlank, dass man einen Eindruck davon gewinnt, wie einfach es ist, IT-Infrastruktur lahmzulegen, wenn man sich nicht genügend davor schützt. Die Arbeit liest sich flüssig, ist nachvollziehbar und gut strukturiert. Die Arbeit lädt zu einer ausführlichen Beschäftigung mit der Thematik Schadsoftware und deren Bekämpfung ein. Und unabhängig von der Tatsache, dass bei uns an der Uni Bonn in der Informatik jetzt zum Wintersemester zum ersten Mal oder neu eingeführt, der Bachelorstudiengang Cybersecurity eingeführt wird, unabhängig davon haben wir diese Arbeit aufgrund der genannten Kriterien für dieses Jahr auf den Platz 1 der Facharbeiten gesetzt. Herzlichen Glückwunsch! Bevor wir nun zur Preisüberleihung kommen, noch ganz schnell der Dank an meine Mitgutachter, wir waren zu viert, meine Kollegen Dieter Engbring, Nils Görke, der hier auch anwesend ist, und Elmar Langetepe haben mitgemacht und zu Diskussionen und Fragen zu neuronalen Netzen möchte ich gerne einladen, insbesondere Nils und auch mich gerne anzusprechen oder natürlich Frau Professor Bennewitz, die sich damit auch bestens auskennt. Vielen Dank! Jetzt sind meine 13 Minuten rum, glaube ich. Herzlichen Dank, jetzt auch die letzte Auflösung noch, wir sind bei 11 Minuten und 43 gelandet am Ende, für die versprochenen 13 Minuten, also in dem Sinne sehr, sehr gut. Minus zwei, ja, genau, ein kleiner Applaus vielleicht für alle Fachgutachterinnen und Fachgutachter. Die sich hoffentlich nicht zu sehr gegeistet gefühlt oder gejagt von der Zeit gefühlt haben. Wir wollten nur ein bisschen mehr Zeit beim Sektempfang gleich haben. Jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, für die tollen Laudationes, für die tollen Arbeiten, die eingereicht worden sind, weil ich glaube, das wurde in der Einführung auch so gesagt, ohne diese Arbeiten, ohne ihre Arbeit wäre dieser Tag hier nicht möglich. Natürlich auch großen Dank an alle, die es organisieren, von der Dr. Hans-Riegel-Stiftung, aber eben auch hier von der Uni Bonn. Ich darf fast alle in die garantiert protokollfreie Zone, nicht gänzlich protokollfrei, aber da vorne, direkt hinter Ihnen in den Raum zum Sektempfang, darf ich Sie schon mal hinleiten, hinführen. Ich bräuchte aber noch alle Preisträgerinnen und Preisträger hier, die Prorektorin Benevitz, Professorin Henssler und alle Gutachterinnen und Gutachter hier für kleine Fototermine. Der Rest ist aber schon mal entlassen. Haben Sie einen schönen Abend, herzlichen Dank und vielleicht bis zum nächsten Jahr. Danke. Applaus